Sehe ich, wann die Kamera... Wir haben normalerweise im Studium eine Runde liegt. Habe ich da auch eine Runde liegt? Sehe ich das, wenn die Kamera auf uns geht? Nein, sie ist permanent auf euch die Richtung. Du zeigst mir. Okay. Du machst Bildmischung. Okay. Boah. Ah, ist das ein Zufall? Ja. Das Problem ist, dass es nicht gewünscht hat. Ja. Ich glaube, das ist nicht gewünscht. Was glaubst du? Wir sind hier im Hotel WLAN. Ja. Und das Hotel WLAN hat eine bestimmte Bandbreite. Ja. Und wenn jetzt ein Gast irgendwo sich hier in die Gebäude eindockt und keinen Namen im Film oder Mail oder anschaut, dann klaut der uns die WLAN. Wir haben keine Möglichkeit, ihn zu bieten. Ja, ja. Und kann man das nicht sagen? Ja, wir müssen ja nicht überwissen. Das müsste man doch den großen sagen. Ja, wir sind ja da ganz, ganz für den verdammten. Da wollen wir alles gegeben jetzt mit uns in dem Weg. Ja, da müsste das man so sagen. Ich dachte, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Die Spieler haben bereits begonnen und es wurde ausgelost, die Version, die Stellung 651. Was heißt das? Was heißt das? Die Grundlinie ist nicht so wie sonst bei 116. Es gibt nur 160 verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet, ist es großer Unterschied zu sonst? Doch. Es steht hier, der Turm steht sogar da, wo er sonst aufstehen würde. Na ja, das Pferd, gut, okay, das Pferd steht auch da. Ja, die sind beide da. Die sind ganz normal, aber dann steht, da Pferd die normalerweise nicht hin. Wo steht die jedenfalls normalerweise nicht? Ja, sicher, das ist richtig. Ja, und jetzt muss man versuchen, solche Harmonie zu bekommen, besser als Gegner. Es geht trotzdem um Harmonie. Und ja, du musst die Figuren so bewegen, dass die im Grunde genommen mehr Wirkung haben. Ja, aber im Endeffekt ist es die gleiche, die gleiche Regel wie beim normalen Schachraum. Natürlich. Du musst schauen, dass deine Offiziere freie Bewegungsverhältnisse haben. Ja, natürlich. Du musst schauen, dass die Bahnen nach vorne gehen. Ja, das existiert alles. Diese Schachregeln gelten da, Schachstrategie auch, obwohl, hier kommt das meiner Erfahrung nach, sehr schnell, so zu sagen, ja, du hast hier keine lange Variante. Da muss etwas passieren. Ich als Laie würde sagen, dass wenn gute Leute miteinander Schach spielen, also dieses normale Schach, das alltägliche Schach, dass dann die ersten zehn Züge meistens sehr schnell sind, weil jeder weiß, ah, wenn ihr das so öffnet, öffne ich so und so. Ist es richtig, dass beim Schach 960 gleich am Anfang viel länger nachgedacht wird? Oder ist das auch so? Man sollte man. Man sollte schon, ja? Ich habe immer, wenn ich das spiele, ich mag es, diese Schachform. Ja. Ich bin sehr froh, dass so ein Schachtturmier stattfindet. Und ich denke immer lieber am Anfang nach, was ich ungefähr machen will. Ja, also jetzt haben wir gesehen, diese erste Fiancetto. Fiancetto. Fiancetto nennt er das diese Läufer. Das war von Italien. Ja. Der Läufer war dann an diese Diagonale auch im normalen Schach geführt. Das heißt Fiancetto. 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 Ja. Und du siehst, diese lange Diagonale wird schon eine große Rolle spielen, weil da eigentlich der Läufer ist gut platziert. Aha. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch irgendwie ähnlicher Zug vom Weißen sein. Aber man kann überhaupt noch nichts sagen. Wann hast du sie erst in 1960 gespielt? Das ist wirklich eine schöne Frage für mich. Ich habe einmal Bobby Fischer in Budapest ausgesucht. Also habe ich ihn besucht einfach. Es war für mich sehr schwierig. Der Mann war auch sehr schwierig, obwohl er ein genialer Schachspieler war. Für mich war er der beste Schachspieler aller Zeiten. Aber gut, bevor ich nun zu ihm kam. Ja. Also er hat ein paar Bodyguards zu sich und da musste ich mich präsentieren. Und er musste wissen. Ich war da 1993. Ja. Das war letztes Mal, als ich ihn am sah. Aber ich hatte vorher mit ihm viel zu tun. Er war meine Generation. Er ist geboren am 9. März 1943 und ich 12. Januar 1944. Also wir waren dieselbe. Aber gut, er war ein Autodidakt. Total. Aber wir kommen noch zu ihm. Aber er hat dieses Spiel. Ja, wir reden noch speziell über ihn. Aber er hat dieses Spiel erfunden. Aus dem Nichts? Das würde mich interessieren. Hat er das aus dem Nichts? Weißt du etwas darüber? Hat er... Ja gut, er hat immer irgendwie geforscht. Er wollte auch etwas mit diesem Remy-Abschuss etwas machen. Stimmt das? Ich habe gelesen, es gibt Weltmeisterschaftskämpfe früher. Da hat man 60 Mal Remy gespielt. Ich weiß nicht ob, aber sehr oft. Aber das war, wie du meinst, wahrscheinlich das Spiel Carpo gegen Kasparov. Die haben unendlich gespielt. Dann wurde der Wettkampf unterbrochen. Und verschoben auf nächstes Jahr. Nein, aber der Karpo, es gibt ihm sehr schlechte Gesundheit. Ja. Weißt du, er sollte, ich weiß nicht, 15 Kilo verlieren bei so einem Wettkampf. Und der Fischer kommentierte das dabei. Nein, er sollte weiterspielen. Das ist, als ob man im Sportmarathon plötzlich alles bricht. Weil es ist zu viel Sonne. Genau, morgen laufen wir weiter. Ja, so war es. So war es. Also, nein, aber wir werden ihn noch über Fischer. Ja, genau. Auf jeden Fall, er hat dieses 960, es hat ihn genervt. Es hat ihn genervt. Er hat selber ja auch diese vielen Eröffnungen lernen müssen, richtig gelernt. Und aus dem Grund hat er gemeint, nein, jetzt mach ich was anderes. Ja, er war schon ein ohne Sekundanteil, sagen wir, ohne Helfer. Ja, was ich von ihm übernommen habe, ist, dass er hat für mich ziemlich gesundes Verhältnis zu Obrich. Das heißt, er hat keine Obrichkeit. Ja, werden wir noch, wir haben noch sehr, die nächsten 3 Tage noch 15. Ja, aber wir haben auch natürlich andere Figuren, weißt du, wie im Schach und da. Auf jeden Fall, das erste Mal hast du 960 kennengelernt, dass du den Budapest besucht hast. Ja. Was war dein erster Eindruck? Hast du gedacht, boah, spinnt er? Naja, das war so, wir spielten den ganzen Nachmittag und ich hatte so ein Gefühl, dass am Ende, fast am Abend, er ließ mich auch zwei Partien gewinnen. Ah, das war lustig, ja. Aber ich war überrascht und es hat mich ein bisschen gefangen, dann das Spiel. Es hat Zauber. Aha. Für mich ist das immer, wenn ich sehe, irgendwo in der Nähe ist ein Fischertunnen, dann versuche ich unbedingt ein Teil davon zu sein. Auch wenn ich nur kibizieren sollte, sind, ja, die Züge sind ein bisschen ungewöhnlich, du kannst da und du musst mit eigenem Kopf zuspielen. Das ist, was ich sehr schätze, eigentlich. Also, hier natürlich entscheidet Mittelspiel, kommt hier sehr früh, also Mittelspiel. Wie hat man es denn früher gemacht, dass man überhaupt von diesen 960 verschiedenen Varianten, also der Name leitet sich ja davon ab, dass man, wenn man bestimmte Grundregeln einhält, dass es eben zwei verschiedene Farben Geläufe braucht, dass der König zwischen zwei Türmen stehen muss. Also, dass es 960 Varianten gibt, die hat man denn bis früher, hat man da schon Computer gehabt, oder hat man das gewürfelt, oder an der großen Zahlentafel, oder so, wie hat man das gemacht? Na ja, das ist eine sehr kniffige Frage. Ich glaube nicht, dass diese Fischer, du musst Intuition, vor allem, wenn du da sitzt, das geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass, ja, die Figur muss ungefähr hier, ja, viele Spiele versuchen das ins normale Schacht. Das werden die auch merken. Am Anfang stehen alle Figuren wild. Ja, wild, wild. Total, wild, chaotisch, wild, wie kam er gar, was ist los? Ja, ja, so, also auch schon hier, du siehst das, Läufe, schwarze Läufe, wie kann er überhaupt nach E4 kommen? Weißt du, dieser, mit Belecki, Alexander mit Schwarz, wie konnte sein Läufe auf dieses Feld kommen? Ja, ja. Er musste irgendwo, wahrscheinlich kam er von G8, ja? Also, das ist sehr nachzudenken und du siehst auch, solche Züge sind auch möglich. Also, es ist wildes Spiel eigentlich. Ja, das ist hier diese Partie, welche gegen Belecki, du siehst diese Läufe da. Wir haben sie hier, wir wussten, dass die gleiche. Ja, Schwarz hat schon meines Erachtens Vorteil, weil, wenn du zählst die Bauern, Schwarz hat schon einen Bauernmeer. Ja. Aber ob das reicht, weißt du, das war die Kapazitäten. Wir haben immer gesagt, am schwierigsten ist, im Schach die gewonnene Partie zu gewinnen. Das stammt von, nicht weiter lebte in Nürnberg, von Dr. Tarasch. Tarasch, München auch ganz wichtig gewesen. Ja, ja, ja. Er war ein Arzt, kein Schachsophie. Ja. Aber er hat sehr viele Regeln formuliert, also wie man die gelten bis heute. Also es gibt Tarasch-Anhänger bis heute. Ja. Ich kann dir auch ein bisschen etwas sagen. Der mag, der möchte sich überhaupt nicht mit Emanuel Aske. Ja. Zum Beispiel. Der möchte ich nicht. Beide haben sich nicht gemeint. Okay. Aufgrund von Schach. Der Tarasch konnte sehr gut schon theoretische, praktisch regeln und so. Und er hat immer über Laske gesagt, wir sind Doktor von Mathematik. Sie schreiben über Monus und so. Aber warum lernen Sie nicht die Theorie? Und der Laske hat immer sehr knifig auf geantwortet. Er sagte, ja, ich mache immer die Züge, die für Gegner am unangenehmsten sind. Und nicht, was die Theorie sagt. Und nicht sogar einen besseren Zug. Herr Lasker war eine sehr große Figur. Es gibt auch noch heute Lasker Schachgesellschaft. Ich weiß nicht, ob Herr Zenke oder Herr Schweiger hier bist. Sind Sie bei dieser Gesellschaft, Lasker? Herr Schweiger. Herr Schweiger ist da zum Beispiel. Also es gibt solche auch, man will sich erinnern. Ja, ja, ja. Die Lasker Familie war unglaublich. Irgendwie mächtig da sein. Bruder Berthold war sehr guter Arzt. Und irgendwie, Lasker war lange, lange, lange Weltmeister. Gehen wir nochmal zur Theorie. Wenn Tarasch schon Theorie, hat der schon Eröffnungen? Oder ging es bei dem in der Theorie um andere Sachen? Beides. Also er hat sich schon ein bisschen modern vorbereitet an die Partien. Natürlich noch kein Sekundamt oder so. Aber er hat nachgedacht und zum Beispiel, er hat entwickelt die Regeln, die sich dem isolierten Bauer immer zuwendeten. Also im Schach gibt es einen Begriff isolierte Bauer. Das ist so ein Bauer, der hat irgendwie keinen anderen Bauer, der steht da alleine. Aber dieser isolierte Bauer dann erbaut praktisch die Möglichkeit einen Springer da anzusetzen. Der war von weißer Seite mindestens immer auf Äffin. Und er sagte immer, ein bisschen übertrieben, aber er war überzeugter Angreifer, dass so ein Springer ist sehr stark. Und er sagte, wenn ich schon einen Springer auf Äffin bekomme, dann habe ich Partie gewonnen. Wenn ich da später bin. Wenn das so einfach ist. Nein, also wir müssen wieder zurück zum 1960, 1960. Und deshalb ist ja deshalb einfach auch von Fischer, weil er gemerkt hat, es ist mittlerweile so viel Literatur zur Eröffnung vorhanden, dass wenn man auf einem bestimmten Niveau spielen will, muss man unglaublich viel Theorie wissen. Weil man einfach die ersten, wie viele Züge korrigiere ich mich, die ersten 10 Züge? Mehr. Die ersten 20 Züge? Noch wenn. Also wie viele Züge. Ich würde das so begrenzen, weil es ist so, bei einigen Varianten ist das länger, aber die forschen immer weiter und weiter. Also zum Beispiel diese Gambit, das hat heute ganz andere Bedeutung. Gambit war schon Königsgambit nach zwei Zügen vor 100 Jahren. Der Suchgambit stand da schon. Was in Gambit ist ja, du wirst immer da, wenn das immer vorkommt. Nein. Aber heute ist das so, dass diese Gambit Sachen, wo du, Gambit ist praktisch ein Opfer von Bauern. Mhm. Für Raum. Ja, Raumgewinn. Zeitgewinn und so weiter. Wie würdest du erklären jetzt zu dir, das würde ich die Frage jetzt auch bestatten, die Frage. Ja. Wie würdest du einem Mann erklären, eigentlich Schach und sagen, warum sollte er Schach spielen? Zum Beispiel deinem Enkel. Ja. Bitte. Ja. Wenn du, der kommt mit dir zum Schachbrett. Ja. Er soll Schach selber deshalb spielen, weil man lernt sich zu konzentrieren, weil man Strategie lernt, Geduld, weil man etwas über sich selber erfährt, ob man eher ein Angreifer ist oder eher ein Verteidiger. Über Charakter. Ja, ja. Ja, das ist zu sagen, du warst ja nicht richtig. Weil weißt du, wenn lieber die Leute die Partie haben, die Formuläre, wo sie die Partie haben, sagen wir, zehn letzte Partie. Ich kann schon sagen, vom Charakter her, was sind das die Menschen sind. Ist es aber nicht so, dass manche Menschen beim Schach, also ich weiß es vom Fußball. Beim Fußball gibt es Fußballspieler, die sind auf dem Platz unglaublich aggressiv. Und wenn man sie privat kennenlernt, sind sie brav wie ein Lamm. Und überhaupt nicht aggressiv. Aber auf dem Platz, boah, gibt es das beim Schach auch? Und ist der Schach dann schon so, dass da wirklich der wahre Charakter rauskommt? Du willst vielleicht zu viel wissen. Aber ich finde das toll, solche Fragen von dir. Das heißt, du hast wahrscheinlich in letzter Zeit überschrackt sehr viel nach Gedan. Ja, ja schon. Weißt du, hat das dich auch im Traum noch verfolgt? Ich träume manchmal über eine Schachpartie. Ich träume von Damen, aber nicht. Ja, nicht von holzernen Damen. Ja, also gut. Aber manchmal verfolgt mich eine Partie. Ich kann dir auch sagen, ein Beispiel. Ich habe einmal sehr wichtige Partie in meinem Leben verworren, auch durch die Zeit gegen Spaß geht. Ja, ja, die wollten wir eh noch drauf haben. Ja, aber gut. Und die verfolgt dich noch im Traum. Manchmal, ja. Manchmal bekomme ich diese Stellung noch. Aber ich wehre mich. Ich will das vergessen. Aber ich glaube eigentlich, irgendwie Nobelpreis oder so, sollte der Mann bekommen, der kommt mit den Medikamenten, mit den einfachen Pulven wie Aspirin, dass du vergisst. Diese, ich würde das nennen, Vergissens-Tablette. Ja, ja, ja. Vergiss meine ich. Aber vergiss, das wäre schön, wenn du konntest dadurch löschen. Jede unnötige Telefonnummer. Wer glücklich ist, wer vergisst, muss nicht mehr zu ändern ist. Na ja, gut. Glücklich, aber das kann man eben nicht. So wenig wie man sich dagegen wehren kann, zu lernen, so wenig kann man sich dagegen wehren, etwas nicht zu vergessen. Ja, also du hast gesagt, zurück zum Schach. Ja. Welche Partie möchtest du diese? Das schießt der Mann aus Lettland. Er spielt eigentlich Schach immer gerne. Er spielt auch in der Olympiade schon für Lettland. Ja. Er spielt mit Damen. Ja, aber Schach-Olympiade. Ah. Und ich gebe dir eine Frage. Ja. Was denkst du, das war die erste Schach-Olympiade überhaupt? Hm? 30er Jahre? Früher. Echt? 20er Jahre? 25. 25 Schach-Olympiade. Ja, in Paris. Aha. Ja. 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 Also, ja, also diese Mann zum Beispiel, die ist total chaotisch. Das ist Herr Meiers gegen die Dame, ich kenne sie nicht, vielleicht. Nein, nein. Winterholle. Winterholle-Christina. Ich weiß nicht. Die Tochter vom internationalen Meister Alexander Mayer. Tatsächlich, er spielt gegen seine Ergünsitzungschaft. Nein, nein, nein. Wir haben einen Alexander Mayer. Achso. Ja. Ja gut, also das ist die Tochter. Ja gut, die ist ganz schön aggressiv. Also Schwarz ist aggressiv. Das siehst du. Warum heißt das? Ja, dieser letzte Zug, Dame Hasex. Das ist aggressiv. Ja, der ist aggressiv. Erstens, Weiß kann nicht diese Bauer jetzt vorziehen, weil da wäre König im Schach. Genau, genau. Das geht schon nicht. Und gleichzeitig hängt auch Bauer auf H2. Dieser da. Ja. Der ist auch bedroht. Und jetzt muss Weiß vom eigenen Kopf überlegen, wie er weiter, was er weitermacht. Ist es in so einer Situation, ich frage einfach, Herr Schachler, ist es in so einer Situation besser, jetzt sofort einen Gegenangriff zu starten und zu sagen, bevor du hier da rummachst, ich greife dich auch an oder ist es strategisch am Anfang jetzt besser einfach zu sagen, nein, diesen Bauern da unten will ich nicht verlieren. Ja, da kommt mehr zur Charakterfrage schon jetzt. Weil wenn er weiß, ist mehr defensiv oder so, dann er würde über Angriff hier vielleicht nicht nachdenken, aber ja, weißt du, ich weiß nicht, was ich würde ziehen jetzt. Ich müsste nachdenken. Ja, also, okay. Also, aber diese H2 würde ich nicht gerne geben, obwohl die Dame kann da auch wie in Offside sein. Ja, das kann diese Dame. Naja, aber gleichzeitig kann sie dann auch außer dem Spiel sein, weißt du. Ja, er hat reagiert. Er hat reagiert. Er hat reagiert. Also, er denkt in seinen Bauern mit dem anderen Bauern, ne? Nein, er geht einfach in Forme, damit er ihn nicht verliert. Gleichzeitig kontrolliert er das Feld G5, nicht, ein bisschen vielleicht. Aber, ja, jetzt ist die Frage, ja, wie soll Schwarz weiter vorsetzen? Das ist eine sehr interessante Partie, aber wir können auch eine andere nehmen. Nein, wir bleiben, wir bleiben. Bleiben, wir bleiben. Es gefällt dir hier. Ja, ja, das gefällt mir wunderbar. Ja, ja, ja. Weißt du, aber, Wolfi, dass die Damen spielen, auch sehr anständig ist, ja. Ja, ja, jetzt ist wieder noch schöner, freilich, ja. Ja. Warst du gegen Judith Polgar neu verloren? Auch. Aber ich habe sie viermal geschlagen. Viermal geschlagen, aber auch verloren? Einmal. Aber du hast sie ja nicht geschenkt, die Partie, sondern sie hat dich besiegt. Also, ich habe mich sicher besiegt, ich besiegt. Ich habe mit allen drei Polgarschwestern noch viel gespielt und, ja, sie war, sie wird talentiert, aber sie hat auch unglaublich, ja, ich weiß nicht, ob ich werde, sie war, das war Drill da in der Familie. Ja, ja. Weißt du, wenn die Väter zum Beispiel wollen, dass der Sohn unglaublich Fußball spielt. Ja, dann wird, ja, dann wird auch Fußball in der Küche gespielt und so. Und wenn die kein Talent haben, wird es nicht funktionieren. Ja, sicher. Aber auch mit Tennis. Tennis-Mami ist, als Kunstlauf ist sie sozusagen. Ja, vielleicht wäre zu erwähnen für dich interessant, dass der Vater von Lendl, er ist Vater von Ivan Lendl, Vater, war hervorragende Schachspieler. Aha. Er spielte sogar tschechische Meisterschaft und er hat sich immer beklagt, dass sein Sohn kein Schach spielen wird. Ich habe mit ihm noch gesprochen vor ein paar Jahren. Aha. Tennis-Mami ist Vater geboren ist im Jahre 22 und er spielte Schach bis zu Ende. Also Tennis-Mami, er war auch sehr guter Tennisspieler mit seiner Frau Olga. Er war Meister von Tschechien im Tennis in Mixt. Ja, ja, ja. Zwar Vater von ihm. Aber beim Tennis konnte er nicht in hohen Alten spielen. Naja. Aber Schach. Er spielte Schach bis zu Ende praktisch. Schach ganz gut spielen. Ja, also da oben muss es dann stimmen. Ja, natürlich. Aber dadurch, dass du Schach spielst, es funktioniert. Ja, ja. Es hält länger da oben. Es hält länger viel. Also doch, der Max Lange, der Markus hat uns jetzt hier auch eine Partie von dem deutschen Großmeister Tesske, Henrik, gezogen. Siehst du, das sieht mehr, das ist nicht so wild, diese Stellung. Ja. Das kannst du doch auch erkennen. Ja, ja. Vor allem haben sie noch viel weniger Züge gemacht, ne? Ja, die denken mehr nach. Die bedenken mehr nach. Ja, die denken mehr nach. Ja, ja, ja. Dann müssen sie schneller spielen oder dann, was ich finde, dieses Reglament hier ist auch schön, dass du am Ende immer noch 30 Sekunden für den Zug hast. Ja, also man hat 25 Sekunden. Ist das so? 25 Sekunden. Ja, aber diese 30 Sekunden sind sehr wichtig. Ja? Wie heißen? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du kannst über einen Zug 30 Sekunden nachdenken. In einer normalen Partie, wo ist Zeitnot. Ja? Zeitnot. Ja? Das bekommst du nicht, diese Möglichkeit 30 Sekunden. Da musst du viel schneller spielen. Ah, okay. Also sie haben jetzt 25 Minuten. Ja, und danach ist Schluss, danach keine Minute mehr. Aber mit jedem Zug akkumuliert man sozusagen 30 Sekunden. Ah, okay. Ja gut, das ist sehr schön, weil dann werden die Partieren auch irgendwie bessere Qualität haben. Ja, weil sie dann eben nicht unter Zeitnot geschaut haben. Also, jetzt schauen wir uns doch mal das an. Ja. Ja, ja. Schwarz hat bis jetzt nur Baumann gespielt, ne? Während Weiß, als Beginner, hat die, hat den Läufer schon rausgefahren, ne? Ja, ob das gut war oder nicht. Weißt du, wenn Schwarz jetzt, er will nämlich Schwarz jetzt auf E4 nehmen. Mhm. Ja. Und, ja, er Weiß hat schon gezogen. Dann ist das schon passiert. Nein, noch nicht. Aber Schwarz droht praktisch die Drohung. Ja. Ja. Er will nehmen auf E4. Ja. Aber gut, ich habe etwas übersehen. Dann die Variante, bitte. Er nimmt, nein, Schwarz droht. Diese Drohung können Sie da nicht zeigen? Nein? Ja, ja. Anders von der Drohung. So, die Drohung. Weiß kann noch immer noch gut mit Dame nehmen, zurück. Aber Weiß ist am Zug, ich kriege das jetzt hier. Weiß ist am Zug. Sagen wir mal, Weiß zieht A3. Ja, A3, okay. Sehr schön. Dann, ob der Schwarz tatsächlich das droht? Das droht wahrscheinlich nichts, weil ich nehme das mit Dame. Mit der Dame, ja, genau. Und nach diesem Gabel, ich nehme weiter mit dem Springer. Und das ist praktisch ein Verlust für Schwarz. Also, es droht das noch nicht. Weiß würde dadurch einen Bauer schon speisen, weil jetzt käme Dame umsonst. Das ist zum Beispiel etwas, was in einem normalen Schwarz nicht vorkommt, dass eine Dame, und wenn alle Offiziere nach oben stehen, dass die Dame ein bisschen umgekehrt, oder? Nein, es kommt nicht vor. Das schauen wir ja nicht vor. Das wäre bei Anfängern, ne? Anfängern, ja. Die freuen sich, natürlich. Irgendwie muss man mit Schwarz beginnen. Ja, ja, ja. Und du plädierst dafür, dass, wenn man, soll man mit Schach 960 kommen? Nein, du hast das. Oder soll man zuerst normal Schach lernen, und dann 960 machen? Ja, das ist nicht einfach für mich. Aber wichtig ist, wenn ich beginnen, und du hast das sehr gut gesagt, was sein Onselblutschach vielleicht verbessern konnte. Ja. Das heißt, diese Konzentration ist fantastisch. Im Schach musst du eigentlich auch eine Aufgabe lösen. Ja? Ja. Und das ist doch sehr, sehr notwendig, gell? In der Schule. Ja, ja, ja. Jetzt? Ja. Ja, wie sagt man das? Oh, wie Salta. Ja, Hykrodos. Ja, Hykrodos. Ja, Hykrodos. Oder ob die gleich mit 960 machen? Ja. Man kann beide beginnen. Man kann beide. Also ich würde das wirklich auch gerne sehen. Ja, diese Vorteile einfach für Schule, für Mathematik. Schachspieler sind sehr gute Programmierer auch. Also vor Jahren gab es Geld noch in den USA. Wenn so eine Firma nicht kommt und so, da war immer eine Frage, spielen Sie Schach? Mhm. War da, unbedingt. Ah, ok. Wenn man die Schachmitt. Na ja, gut. Vielleicht war es ein kleines Plus. Ja. Ist das jetzt die Stellung? Das ist die Stellung. Ja, es ist geschlossen. Irgendwie, Rotpatrick hat auch 7 Punkte Zahl, 2033. Was ist das hier? Ist das dritte Liga ungefähr? Ja, das ist so Mittelfeld. Mittelfeld. Regionalliga, Bezirksklasse, mittlere Liga. Also Bezirksklasse gegen Schachprofi. Also Schwarz ist der Profil? Ja. Wir werden sehen, er ist mir nach Favorit. Also ganz klar Favorit. Aber Überraschung ist im Schach immer möglich. Ja, ja, ja. Schwarz hat jetzt zum ersten Mal einen Offizier gezogen. Oder hat er, ist das jetzt schon der Zug? Nein, Schwarz hat er schon gezogen. Springer auf die 7. Ja, aber jetzt siehst du seinen Läufer auf H8. Er ist ein bisschen geschlossen. Ja. Er muss ihn später versuchen. Er muss ihn irgendwie raus. Ja, er muss irgendwie raus. Das heißt, dass Leis mit dem Bauern da unten hat ihn eigentlich richtig... Ja, aber aber das man halten kann. Weil Schwarz hat wieder viele Durchbruchmöglichkeiten. Zum Beispiel zeigen D6, D5 da mit dem Bauern. Dann dieser Zug, der da war, dieser G6, weißt du. Er muss irgendwie diese weiße Lawine oder was da ist. Weiß hat mehr Raum. Aber ist es dann nicht so, dass du, wenn man als Schwarz jetzt einfach versucht, den Läufer da freizukriegen, dass man dadurch sehr viel Geschwindigkeit verliert? Ja, Tempest. Man sagt ihn einfach. Tempest. Ja, weil man so viele kleine Züge macht, die sich erst später retrieren. Ja, richtig gesagt. Gut, aber er kommt dann vielleicht diese Läufer nur, er wird G7, G6 spielen. Nur so, dass irgendwie kommt das. Ja. Und dann kann sein Läufer G7, H6 auskommen. Auch auf eine Diagonale. Aha. Weißt du, jetzt ist plötzlich diese Partie mehr ans strategisches Eis gelandet. Ja. Das heißt, man ist jetzt im Neuland. Man muss einfach jetzt... Doch, sicher. Jetzt gibt es keine Träume. Sagen wir mal D4. Ja, D4 ist interessant. Ja. Ja, ja. Ja, und da ist Rom. Man verliert mit Schach, geht der Läufer weg. Aha. Also, das muss schon weis sehen, ja. Ich war noch nicht in der Stellung. Man muss immer besser nachdenken. Das heißt, hier hilft dir keine Theorie? Nein. Total. Für mich total neue Stellung. Das heißt, beim Schach 69 käme, wenn dann überhaupt erst Endspieltheorie? Ja, aber... Wenn? Weißt du, diese 960 Möglichkeiten... Das ist... Kaum jemand würde eine Idee bekommen, ich bereite mich. Nein, nein, aber ich meine, wenn man 69 weiterspielt und spielt und kommt dann ins Spiel rein und hat dann zum Schluss nur noch jeder einen Offizier, dann gibt es ja ein Endspiel, ne? Ja, natürlich. Und dann kann man wieder mit Theorie arbeiten, oder? Na ja, sicher. Dann schon. Du, was ist unentschieden, was du machen musst. Ja. Das ist schon bekannt. Das ist die Theorie von Endspielen. Ja, genau. Das bleibt dann dasselbe. Ja. Das ist sehr gute Bemerkung. Ja. Ja, ja, gut. Und jetzt gibt's... Also Springer war schon... Und Weiß spielte... Springer C3. Und Weiß spielte... Springer C3. Springer C3. Springer C3 war früher. Ja, ja, genau. Der vierten Zug war es. Genau, genau. Also, möchtest du diese wilde Partie wieder noch sein? Ja, schon gerne. Die überlegen wir zu lange. Das müssen wir einschauen, wenn es weitergeht. Ja, das ist auch eine andere. Das ist Ihr Vater. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Das ist ein starker Spieler, ja. Aha. Man sieht das. Das ist ein... Siehst du, der große Unterschied. Das sind 600 Punkte Unterschied. Ja, ist sehr viel. Also wenn jetzt... Ah, es gibt... Ich habe gehört vorhin, es gibt ein Preisgeld, wenn man einen sehr viel höheren... Ja, das finde ich toll, ja. Vielleicht, wenn der Prausch Simon die Partie gewinnen würde, dann ist der okay, ja. Kannst du schon was sagen, wenn du das jetzt siehst? Schau dir das mal an. Siehst du da was? Ja, es sieht noch für ihn ziemlich ordentlich aus. Also, zwei Pferde, die so noch untereinander stehen, sind schon komisch bei dem Weißen, aber gut. Läufer stehen untereinander. Und jetzt, er ging sogar weg mit dem Läufer, ja. Komisch. Weißt du, Schwarz hat da den schwarzen Springer auf D4 ist stark ab. Mhm. Weil es hat sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Springer C4 E3, würde ich ihm jetzt vielleicht... Weiß würdest du das erwarten? Ja. Du sprichst von Weiß, ne? Springer E3, ja. Wird egal, warum nicht? Aha, warum? Ich weiß nicht, scheitert das auch etwas. Ich will nämlich auch auf das Feld, weil du sprichst. Ja, ja, ja. Vielleicht, ich will auch auf Feld D5 irgendwie, ja, kontrollieren, ja. Natürlich, mein Bauer kann schwach sein auf E4, aber, ja, will er das tatsächlich nennen, ja, ich bin trotzdem noch nicht sicher. Ja, die Dame steht sehr aggressiv, vielleicht würde ich das nicht machen. Ja, das ist sehr komplizierte Stellung. Weißt du, so weit da alle Figuren sind, dann ist Schach noch sehr, sehr kompliziert. Also sind Möglichkeiten, die man nicht sieht? Ja, wirklich, sehr viele Möglichkeiten. Er hat tatsächlich den Zug genommen, Springer C4, E3. Ich weiß nicht. Ist das so? Nein. Aber wäre möglich, weil diese F4 kannst du nicht richtig angreifen, weißt du. Weil ich nehme das weg und wenn du versuchst, dann Springer H5, dann kann ich tatsächlich Springer C3, D5 kommen. Jetzt hat er. Er hat genommen, ja. Ja und nein, ja und nein. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz geschickt, wenn man hier zwei weiße Bahnen hintereinander stehen hat in der Mitte Linie. Ja, meistens sind diese Doppelbauer, man nennt den Doppelbauer, aber er will da nicht lange bleiben. Ja, er hat das ziemlich aggressiv behandelt. Das gefällt mir natürlich jetzt direkt, dass diese Turm, aber er will, weißt du, diese Dame auf H6, das ist seltsam. Das haben wir schon bei der... Ja, bei der anderen Partie gesehen, ja. Bei der Dame, bei der Tochter. Weil gesehen, ist das eine Familiengeschichte, immer mit der Dame auf H6. Hat dir der Papa beigebracht. Ja, ja. Ja gut, dann siehst du, dieser Motiv wiederholt sich, wenn zum Beispiel jetzt Läufer G1, E3 wäre, dann... 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 Dann kann wahrscheinlich schwarzüppig nehmen... Den Bauer. Ja. Mit... Läufer... Ja... Läufer G5, dann auch... G3... Und ja... Läufer G3... Ja, es ist sehr kompliziert, weißt du, deswegen mögen wir Schacht auch. Ja. Weil es so kompliziert ist. Ja, ja, ja. Vielleicht hat er hier etwas... Ja, wir werden jetzt Weißen zusehen. Das ist auch... Man ist immer noch gierig. Ja, ja. Weißt du, wir haben auch zur Zeit Ende der Weltmeisterschaft auch. Fantastisch. Was hat er? Ja, hat er genommen, siehst du? Er hat ihn genommen? Ja, ganz scharf gespielt. Ja, aber... Was mir immer gefällt, muss immer der Läufer dann spielen. Leichter, weißt du? Ja. Er hat Rokade gemacht auch. Er spielt praktisch das in einem Gambit. Weißt du... Er will einfach Entwicklung haben. Aha. Entwicklung, meinte er. Aber... Jetzt... Der Weiß muss schauen... Vielleicht kann er... Ich würde es leise wahrscheinlich erkennen, dass Weiß nicht so gut steht. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich. Also... Schwarz ist... Steht besser. Ja, Weiß muss vielleicht gleich Rokade machen. Ja. Ja, sonst weißt du und dann kommst. Ja. Kommt. Und dann Platz. Ja. Ich weiß nicht. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Jedenfalls die Mauer nicht. Ja, hast du heute Nacht... Bist du aufgeblieben? Beim Live? Ja. Bin ich, bin ich. Habe ich diese Partie... Wann hast du gewusst, dass Weiß gewinnt? Ja, schon. Ja? Dieses Endspiel, weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Das Endspiel. Das stand letztlich Karlsson so gut. Ich weiß nicht, wie er das überhaupt gemacht hat. Ja, der Weiß spielte jetzt nicht Rokade. Er hat noch Zeit. Aha. Wann hat er wirklich gespielt? Wahrscheinlich, ja. Ich sehe, dass... Ja, es ist passiert, ja. Aha. Ja gut, dann... Jetzt, was kann Schwarz machen? Er kann Springer F6 G4 machen. Springer G4 konnte ich machen. Ich will auch Feld... Aber ich kann auch vielleicht Turm A, B 8 machen. Also, weißt du, diese... Du musst dann wählen, irgendwann. Weil, was ist im Schach auch sehr wichtig, ist die Uhr. Ja, ja, ja. Man darf auch nicht so machen, dass man dann, wie wir schon erwähnt haben, diese Zeitnot... Ja, 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 das ist jemand neben mir, ne? Ja, ja. Ich bin ein Zeitnot-Spieler, war ich immer gewesen, jetzt ist das Schlimme. Aber, weißt du, dass dieses Wort, Zeitnot, hat die ganze Welt erhobert? Ja. Auch die Chinesen wissen, was Zeitnot ist. Ja, sicher. Glaube ich sofort. Amerikaner benutzen auch kein Frasher, Timefrasher. Ach so, du meinst, das ist deutsche Wort. Deutsche Wort. So wie Kindergarten. Ja. So wie Kindergarten. Aber Zeitnot vom Schach ab. Ah, der Chinesen sagt Zeitnot? Ja. Ja, ja, ja. Auch die Russen haben kein eigenes Wort. Die übernahmen schon viele Werte russisch. Und Zeitnot, Zeitnot ist mit dem Akzent am Ende, ist total in Schacht-Szene. Aha. Ja, ja. Schau mal. Oh, da, diese wilde Sache, wilde Sache. Oha, oha. 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 Gut, weiß, sieht ganz gut aus. Oh, was, was war los da? In die Mütze? Nein, nein, das kam so, ja, das haben wir noch gesehen. Letzter Zug haben wir gesehen, war kein. Ja, genau, genau. Jetzt, was hat Schwarz damit gemacht? Ja, das ist nicht einfach. Springer E7, ja, wie ist das? Er ist nicht gedeckt. Ja, natürlich, er will das nicht opfern. Ja, wie ging weiß damit um? Moment, Moment, was war noch weißer Zug? Springer E7, Läufe E1, E2, ja. Aber warum, weißt du, so ein Läufe auf E5, gefällt mir nicht wegzugeben. Weißt du, da war dieser wunderbare Läufe auf E5, ja. Ich würde mir das noch überlegen, ob ich das machen muss, ja. Vielleicht muss ich es machen, ich bin nie so sicher, ob ich das machen muss. Also der gefällt dir? Der Läufe ist schön, ja. Er will natürlich weiß drauf, Läufe E3, meine Dame anzugreifen. Und dann will er meinen Läufe wegtreiben. Verstehst du? Diese Drohung, die Dame muss auf G7. Und dann ist das, ja. Also diese Läufe E3 hat dir wahrscheinlich nicht gefallen. Aber... Also angenommen. Ja, ich bin nicht sicher, aber... Okay, hat sie genommen, vielleicht nicht so schlecht, ja. Also Läufe E3 kam jetzt, ja, in ihre Stellung. Und da kommt natürlich jetzt wahrscheinlich ein, dass wir nennen das vielleicht Zwischenzug. Hat der Meyers nicht über Zwischenzug gedacht. Zwischenzug ist auch... Ja, ja. Aha. Jetzt ist es... So steht das. Also wir waren ja noch... In der Zwischenzug. Also, genau. In der Zwischenzug. Den hast du gemeint, den Zwischenzug? Ja, ja. Den hast du gemeint, okay. Der würde ich wahrscheinlich spielen. Und erst jetzt, der würde ich vielleicht... Nein, nein, nein. Aber gut, er hat seine Idee gehabt. Okay. Er ist ein sehr erfahrener Schachspieler. Ist er, ja. Okay. Also er hat... Er hat diesen Zwischenzug nicht. Er hat... Ja. Ja, der könnte den Turmita einspielen. Ja, er ist in der Marokade. Da muss ich da, ne. Die schwarze Stelle und sehr lahm. Also, war möglich. Es war nur möglich, ja. Okay. Weißt du, man muss ein bisschen philosophisch immer denken, was ist schon ein Bauer? Was ist schon ein Bauer? Ich bin die Bauer. Ja. Na ja, gut. Okay. Ja, aber siehst du, sie hat jetzt genommen und dann kommt eine Dame am Weißstädt jetzt besser, weil wieder Schachter Minus Technikus, er hat Läuferfahrer gegen Läufer und Springer. Und das ist immer besser für Läufer. Ist das zwei Läufer? Ja, ja. Ja, gut. Da begann sie noch ein Tempel. Aber jetzt sind die, siehst du, die schwarzen Felder da... Ja? Sie sind nicht so toll, ja. Ja, ja. Vielleicht jetzt müsste sie etwas noch Intelligentes machen. Ja, aber was machst du jetzt als Intelligent? Sollst du jetzt Opfern? Oder, ja, weißt du, wie kannst du dich irgendwie dann da... Aber der Rochade ist nicht gut für Gott schon? Ja, er kann nicht. Er müsste diesen Turm, diesen Eckturm nehmen. Ja? Diese andere geht nicht. Weißt du, er könnte vielleicht nur kurze Rochade... Ich weiß nicht, war es Läufer D7? Ja. Läufer D7, Fe, Läufer D5, Läufer Gezwa, Läufer D7, Turm E1, natürlich, ja. Und da hängt ein Bauer, der ist weg jetzt. Ja? Weil Schwarzer König, sagt man, ist der Besserung. Ja, ja. Einsperrt. Ja, ja. Das ist in jeder Sprache irgendwie anders. Das ist Ende Pin, Pin ist Englisch. Clouage ist Französisch. Und Sviaska ist Russisch. Ja, sowas. Ja, jetzt musst du suchen, was hast du für den Bauer. Bauer ist weg. Bauer ist manchmal nichts, manchmal sehr viel. Ja, ja. Sie versucht das jetzt irgendwie mit Geffald, mit Geffind. Aber ist schon klar, dass Weiß hat schon... Ich weiß nicht, ob du den... Doch, doch schon, Weiß ist... Weißt du, der kann schon lange Rochade... Der drückt. Ja, ja, der drückt. Also wahrscheinlich könnte man sagen... Aber wir sind ja gleich weiter. Schauen wir doch, wie es konkret ausschaut. Ja, ja, ja. Wie schaut es jetzt konkret aus? Was ist rausgekommen? Ja, okay. Dann Dame F3. Und das ist jetzt tückisch, was kommt. Und wie du siehst, die Dame hat keine Felder. Ja, ja. Das ist... Das war... Jetzt müsste Schwarz... Schwarz macht jetzt Fehler. Er hatte hier einen Zug. Ja, er hat ihn leider nicht kenn... Nein, da kommt immer Schach, weißt du. Das ist die Sauerei. Ich glaubte, er könnte noch Springer H4 machen. Ja. Um diese Dame zu befreien, wenn wir uns das zeigen wollen. Dann bekommt er Schach, der Arme. Schach, Dame. Und dann nimmt er dann die Dame. Ja, 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 ja. Deswegen, wir mögen es. Deswegen, dieser Zug geht nicht. Und praktisch schwarz muss die Dame abgeben. Ja, ja. Er hat sie mit der Dame in ein Gebiet gebracht, wo sie... Ja, genau. Umgeschützt. Umgeschützt. Gefangen ist. Das ist Damenfang. Jetzt sind wir noch weiter, also... Ja, das Spiel geht nicht mehr lang. Meinst du? Ja, das klar. Na ja, ja, schwarz versucht noch, aber er hat einfach wenig Material schon. Ja, weißt du, diese Springer hat auch keine große Zukunft da. Ja, also mir gefällt jetzt nicht die Stellung von Frau... äh, Frau von Fräulein oder Frau... Ja, 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 ja. Gefällt mir auch nicht. Weil du bist jetzt im materiellen Nachteil. Mhm. Im materiellen Nachteil. Und wo ist deine Kompensation, man sagt? Mhm. Sehr wenig. Sehr mager. Sehr wenig. Kann zum Beispiel so viele Züge hier machen. Wer ist jetzt am Zug? Weiß, oder? Weiß noch. Also... Würdest du ihn jetzt machen? Würdest du mit einem von den vier Bauern nochmal frei machen? Oder würdest du keinen? Nein, nein. Ich würde... Bleibe da. Vielleicht... Ja, aber damit helfen sie sich auch nicht, ja. Jetzt kommt alles Mögliche. Man kann Schach... Nein, aber... Was wir jetzt sehen, ist das ein Vorschlag von euch oder das ist ein echter Zug? Ja, das wurde ein echter Zug. Achso, wir sind schon so weiter, okay. Ja, man zählt im Schach. Aha. Okay, jetzt sind wir bei der Aktuellen, ne? Das ist jetzt, wo steht es gerade? Ja, gut. Weiß am Zug. Ich weiß nicht, wer will, wie soll ich sogar noch, auf A7 nehmen. Das hat er dort getan, ja. Weil du diese Stellung bist. Der Schwarz. Der Schwarz. Er kann noch versuchen, D4, D3 irgendwie sozusagen in trüben, trüben fischen, aber... Aber die Dame ist jetzt auch ein bisschen alleine. Ja, richtig. Es käme Turm A6, es droht Turm A6 und dann wird die Dame auch fangen. Ja. Also dann wäre die Dame auch weg, ja. Also er muss jetzt schauen, dass er eine Dame wegbringt, oder muss... No, dann Opfern. Er hat schon so viel Bauern mehr, aber gut, ja. Na. Er will schon... Nein, nein, nein. Der sitzt ja. Naja. 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 Würdest du die nicht kennen? Nein, 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 nein. Naja. Naja. Dann passt es da nicht. Das ist ja nichts. Ja, man kann Schach geben, dann halten die Dame wieder für sich, aber trotzdem... Naja. Weißt du, ich bin auch irgendwie generös. Wenn ich das mit Weiss spielen würde, dann würde ich vielleicht G4 spielen, anstatt diesen Schach. Ja. Also die Dame kann auch noch weg auf B4, aber das mache ich nicht. Kann ich es bitte wieder stellen? Ja, Dame auf A5. Damals im G4, Turm A6. Ja, ich nehme Turm, Turmschläge, Dame schlägt Turm, Bauer schlägt Turm, Gelbbier schlägt F1, Läufer schlägt F1, D2, D3. Nein, nicht nehmen, da häng ich auch Z2, D3. Und jetzt schaust du dir an, sind zwar ungleiche Läufer, aber dein Bauer auf D4 hängt wirklich sehr schlecht. Und jetzt ist das am einfachsten, ja. Man soll im Schach nicht geizig sein. So? Das ist wie im Welt. Mhm. Wäre es jetzt am besten, weil der Weiße... Weiß ist es nicht wiederholen, oder? Weiß ist es schon aufgelenkt, weil... Du musst jetzt die Bauern zählen. Ja, ja, ja. 2,4 Fängt, Schwarz hat 2. Sonst ist die... Und einer ist sowieso blockiert, ne? Ja, aber Weiß steht jetzt total aufgelenkt. Er kommt noch mit Turm unter Gebauer. Geht und Geh kommt. König kommt auf D2. Also das ist wirklich, wie die Schachspiele sagen, Sache der Technik. Ja, jetzt ist... Weißt du, das ist jetzt ungefähr so, wenn Löwe 4. mit deutscher Mannschaft 2-0. Und er macht sein Zeichen. Also gib denen Ball auf, dass sie auch spielen können. Weißt du, oder? Ja, wir haben schon mal gegen Portugal 4-0... Gegen Schweden 4-0 geführt. Und dann ging es 4-4. Tatsächlich? Ja, ja, ja. 4-0. Das war ein Freundschaftspielball. Sechs oder sieben Jahren. Da hat Ibrahimovic, glaube ich, 3 oder 4-0 geführt. 4-0. Tatsächlich? Dann 4-4. Das war vor der letzten Wettmeisterschaft. Ja, aber siehst du, du kannst jede Goal mit einem Bauern hier berechnen. Ja. Also ich weiß, wie viel... Drei hat er mehr. Ja. Aber die Stellung ist total gewonnen. Ja, ja. Jetzt schauen wir uns, wie schaust du denn real aus? Was ist real passiert? Ja, ja. Was ist real passiert? Was ist real passiert? Er gab diesen Schach. König C8, C7. Ja, wir sind gleich da zurück. Wahrscheinlich reicht das auch. Aber weißt du, irgendwie diese Gewinne sind am besten immer so einfach zu machen. Das ist klar, sagen wir nicht spekulativ. Aber hier siehst du... Ja, Schach... Er hat da trotz allem nicht viel, ja. Er hat auch... Herr Meyers ist auch sehr erfahren. Er hat 2451. Das ist so, ich stärke heute so ein Durchschnitt wie der Großmeister. Ja, 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 ja. Aber das ist im Schach schön, du kannst praktisch nicht diese LO-Zahl beschwinden. Mhm. Das ist von FIDE, das macht einfach einen Computer wahrscheinlich, ist da total und du kannst nicht schummeln. Und da kommt es ja darauf an, nicht nur, dass du so häufig gewinnst, sondern gegen wen du auch gewinnst. So ist das. Genau. Weil beim Tennis zum Beispiel geht es nicht so sehr darum, gegen wen du gewinnst, sondern da kriegst du pro Turnier, das Turnier hat 500 Punkte. Ah, ja, ja. Wenn du basierst, kannst du 500 Punkte raus. Ja, ja. Ob du dabei nur Amateure besiegt hast oder die... Ist egal, ja, ja. Oder die vier besten Erwetteranliste, ist egal. Ja, das ist interessant. Aber eben, weißt du, im Schach hat dieses System, wahrscheinlich, weißt du das nicht, oder vielleicht auch noch nicht unsere Zuschauer, hat ein ungarischer Professor erfunden, der hieß Arpad Ello. Ah, okay. Und der ging nach USA. Und nach diesem Arpad Ello heißt das auch. Also es ist nach diesem Ding da. Ich dachte, das wäre ein Kunstname. Nein, aber der heißt... Ja, er ist irgendwie so. Ja, ja. Wann war das ungefähr? Wann hat der dieses... Das existiert schon... Ich weiß es jetzt nicht. Was? 50 Jahre. Wie viel? 50 Jahre. Umgang wie die Zeit. 50 Jahre hat er, weil der vor 50 Jahren hat er mit Computer noch nicht den... Nein, 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 aber er hat trotzdem gesagt, nein, wir müssen Rating machen. Rating? Ja, klar. Und er hat schon dieses Rating gemacht, dass es Drabang kommt gegen wen man ging. Ja, 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 ja. Natürlich. Aber, ja, weißt du, aber du wirst jetzt überrascht. Die Schachspieler begannen eigentlich so, wie moderne Herr vom Schach, vom Turnier. Schach begann praktisch mit einem Turnier in London im Jahre 1851. Aha. War irgendwie eine industrielle Ausstellung in London. Ja, ja. Und da haben die Leute schon mit den Schach-Ul gespielt. Auch zuerst. Weil zuerst waren die Sand-Sach-Uhren. Jetzt haben die schon irgendwie angefangen so... Ich habe gehört, ganz lustige Sache, dass zuerst noch an den Uhren das Blättchen, wir hatten keine digitalen Uhren. Da war ein Blättchen, Blättchen, Blättchen. Blättchen, ja. Ja, ja, ja. Und der Schichtstrichter schaute an, sehr sorgfältig. Und dann hat er gesagt, jetzt haben sie Zeit überschritten. Weil da waren keine Blättchen noch. Und diese Blättchen sollte ein Deutscher erfunden haben später. Aha. Das war, die Deutschen waren immer sehr praktisch, pragmatisch. Ja, ja. Das geht an sie. Aber das ist für dich sicher überraschend. Damals hat man in diesem London schon... Ja. London 1851? Ja, 1851 sind wir. Aha. Man hat schon nach spezieller Auslosung gemacht. Zum Beispiel bei 20 Teilnehmern. Ja. Die Schachspieler waren die Ersten, die da diese Ordnung gemacht haben, damit du nicht immer mit Weiss spielst, Schwarz und so. Ja. Dann ist natürlich mit 20 Leuten ist die Erinnerungsspiel. 1, 20, 2, 19, 3, 18, 4, 14 und so weiter bis dann. Und ich kann dir auch sagen, wenn ich ein bisschen nachdenke, wenn du mir die 10 Teilnehmer, ich bin Nummer 3 mit in welcher Runde spiele ich mit welcher Farbe. Und weißt du, wer hat sich an dieser Tabelle bedient? Fußballer. Ach, das ist von den Fußballern, die Turnierregel. Ah. Die Fußballer haben sich daran bedient. Aber was bedeutet das? Es ist 20 Freien. Erste Runde ist 1, 20, 2, 19, 13 und so weiter. Und was bedeutet das in Wolfing? Weißt du, wie viele Spiele es gibt oder was meinst du? Nein, nein. Etwas anderes. Ich sage 1, 20, 2, 19. Das ist, sagen wir, Frühlingsrunde und dann ist es Herbstrunde, kommt das nur umgekehrt. Ja, genau. Aber was bedeutet praktisch, wenn Bremen haben 1 und was weiß ich München 20? Ja, kein Spielrecht. Richtig! Bravo! Und dann wird es umgedreht. Ja, natürlich. Aber das ist tatsächlich von Schachläuten. Ach, wirklich. Also wenn sich Herr Beckenbauer nicht so richtig über Schach äußert oder so, dann sollte man ihn das auch vielleicht anmahnen. Aha. Ja, Beckenbauer wird nicht mehr viel zahlen müssen. Der ist. Beckenbauer hat Spieligkeiten und Probleme mit dieser was in der Altgeld ist. Ja. Silencio Stampa. Ja, Leute. Silencio Stampa. Ja, wir beide darüber sprechen. Nein. Die Fiete ist viel korrekter als die FIFA. Hast du das wirklich gesagt? Das ist schön. Siehst du, Weiß hat sich total konsolidiert. Er will das Ende wahrscheinlich nicht angreifen. Sein Turm ist schon viel besser. Ja. Verstehst du zum Beispiel, jetzt ist sicher ein Schach zu, oder so. Dann bekommst du noch einen Schach. Weißt du, sein Läufer. Es ist immer schön, wenn du so einen Läufer hast. Wegen den weißen, weißt du? Ja, natürlich. Den E4. Ja, ja. E4. Jetzt siehst du, Schwarz kann schon kaum etwas machen. Da stinkt das alles sehr nach Matt. Ziemlich. Ich schätze, dreizügig ist Matt. Oder, naja, vielleicht. Ich möchte das nicht so sagen, aber. König D5 ist Matt nach Turm E5. Ja, bitte zeigen, ja, ist Turm E5 Schach. Ich würde aber Schach, den Matt, den ich zeigen. Ja, wenn darf ich. Also König D5, Turm E5. Obwohl er will das nicht. König C4, B3 Schach. König D3, Turm E3. Das ist Matt. Wieso gehst du mit dem König? Du bist dann nach unten. Wieso gehst du zum Gegner? Wieso gehst du nicht dein eigenes Gegner? Er kann nicht. Es ist alles blockiert. Alle Felder sind weggenommen. Weißt du, also das heißt, er muss auf F5 gehen. Also wenn wir das noch einmal haben, dann die zweite Variante, wenn der König geht, auf F5. F5. Ja, genau. Ich muss ein bisschen nachdenken, wie die Züge sind das. Das ist wahrscheinlich nicht so. Man kann jetzt mit der Dame da rüber gehen und sie sich geschlagen lassen von dem Springer. Das wäre ein Fehler. Das wäre ein Patzer. Ja, gute. Wahrscheinlich ist Dame H7 Schach. Schöner Schach, ja. Vielleicht muss er einen leisen Zug noch machen. Ja, also das ist jetzt damit, also ich sehe da keine direkte Matte, aber es wird sicher kommen. Weißt du, der König ist ohne Schutz. Ja, ja, ja. Er hat keinen Bauernschutz da. Wie steht es real? Wo sind wir real? 37er Zug, Turm E1. F1. Das ist ein leiser Zug, den ich meinte. Ja. Jetzt droht Matte in einem Zugläufe D4 F6 Matte. Läufe D4 F6. Ja, Matte. Weißt du, dieser... Ja, der kann nichts mehr machen. Der ist dann im Matte-Netz. Also er muss jetzt wahrscheinlich irgendwo mit Springen ziehen, aber es ist halt, ja. Ja. Na ja, vielleicht bringe er Pimp noch am nähersten. Aber... Wenn er seinen Turm rüber zieht und das... Ja, aber das wären wieder Verluste, ja. Ja, aber wenn du eh schon an beiden stehst... Na ja, es ist verloren natürlich. Du hast schon recht. Schwarz kann hier wirklich nichts mehr verlieren, sagen wir. Nichts mehr verlieren? Nein, auch nicht. Eigentlich... Wir sind so... Und dann denke hier, du wirst es wahrscheinlich auch aufgeben, genauso wie ich. Der König steht zu schwach. Ja, also... Weißt du, was ich meine? Aber du brauchst aber dazu keinen Zwingen, das ist auch im Schach möglich, ja. Man sagt auch, wer schon die Partie aufgegeben hat, kann nie mehr gewinnen. Das ist einfach so, weil du diese Schach... Pranostik ist das, ja. Oder... Weiß gab jetzt Schach. Die Laivide kann ich zitieren. Es kann auch ein Matt sein. Aber gut, ich sehe da auch eigentlich ein Matt. Darf ich Ihnen vorschlagen, jetzt, wenn der Schwarz jetzt nimmt, der Bauer auf G-Pin, dann würde ich Turm 11 in Schach geben. Ja, jetzt sage ich zum Beispiel Springe F-Pin, dann, ja. Aber wie ist das jetzt Matt? Bist du, ich war zu... Zunehm. Zu schnell, ja. Ja, gut, ja. Man gewinnt das immer, aber... Du wirst das elegant machen, ja. Ich will doch nicht Läufe-Ederreich-Schach und... Weißt du, du wirst das wahrscheinlich besser machen als ich. Ich? Sicher, ja. Ja, gut, schlag etwas vor, wie wir, ja. Die Stellung ist hoffnungslos, aber... Ja, ja, ja. Aber Turm und C6 spielt noch jemand mit, ja. Ja, also, wir wollen lieber abwarten. Vielleicht eine andere Parten schlage ich vor. Ja, 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 ja. Ja, das ist sicher sehr interessant. Oh, der Schwarz ist irgendwie ganz gut dabei. Ja, der Unterschied ist groß. Levin ist praktisch der stärkste Mann hier. Er spielt irgendwo erste Liga in Nordrhein-Westfalen. Er spielt schon erste Liga in Nordrhein-Westfalen. Und schau das dir an, diese ganze Geschichte. Der Schwarz hält ganz gut mit. So weit, ja, wir kennen das uns ja, siehst du, Blockade. Ich glaube, ja, sehr aggressiver Zug. Der Mann ist sehr aggressiv. Levin ist weiß sogar. Ja, ja, schau ihn an. Jetzt droht auch B2 auch etwas. Aha. Also Schwarz steht hier sicher gut. Oder? Er deckt das jetzt mit Turm. Ja. Ja. Und Schwarz Opfer. Ja. Weiß nimmt. Und da kommt noch ein Opfer. Für freie Linie. Ja, er hat da, 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 da. Ja. Aber es ist wahrscheinlich wenig, meines Erachtens. Trotzdem, der Mann hat Mut. Mhm. Bleibt immer nichts anderes übrig, wenn er gegen jemand spielt, der… Ja. Er hat Mut, ja. Aha. Das ist auch ein interessanter Zug zum Beispiel, weißt du. Ja. Ja. Aber Weiß hat alle Figuren in der Verteidigung, weißt du. Jetzt kam ganz lustiger Zug hier. Der Piers. Ganz nett, aber natürlich irgendwie springen vom Deck. Aber es ist nicht wahr, also die andere Partie, die wir da hatten, die waren. Mhm. Und der war erledigt. Ja. Ja. Aber hier ist es nicht so eindeutig. Nein, 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 nein. Na gut. Schwarz hat zwei, vier, sechs, zwei, vier, sechs, naja. Ein Bauer wäre gut, wenn der Schwarz noch hätte. Aber dieser Zug, ja, weißt du. Also das ist jetzt der Stand der Dinge? Ja. Das ist der Stand der Dinge. Ja. Gut. Jetzt denkt, wie kann man da Zeit lesen? Kannst du das mir erklären? Okay, wo steht die Zeit? Es müsste auch da Zeit sein. Um Zeit, neun Minuten, sechs und fach. Fantastisch. Ist das die Zeit, die bleibt, oder? Ja, jetzt, jetzt. Ah, das ist, okay. Jetzt ist das. Die erste Zahl ist die für Weiß, oder? Ja, okay. Also der Weiß hat noch drei Minuten und Schwarz sechs Minuten. Ja. Also Weiß, obwohl er viel höher spielt, hat er noch drei Minuten. Ja, ja. Ja, ja. Aha. Ist das so, ist jetzt, wer ist jetzt am Zuge? Weiß, ja. Ja, ist es am Zuge. Weiß ist am Zuge, ja. Aha. Ja, gut, er hat verschiedene Möglichkeiten. Natürlich. Ähm. Ja, könnt ihr zum Beispiel die Dame angreifen? Nein, das gibt ja nichts, das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hm. 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 Also wenn er mit der Zeit dann am Ende ist, dann bekommt er immer diese schöne 30 Sekunden. Also ich finde diese ... Aber dazu müsste eine bestimmte Mindestanzahl an Zügen gemacht werden. Das bin ich nicht sicher. Ja, ist das so? Ja, ist das so? Nein, nein, nein. Egal. Aber wenn er nur vier Züge gemacht hat und für die vier Züge nahe wird er nur Züge gemacht hat, dann hätten sie jeweils noch 32 Sekunden. Weiß hier was. Okay. Also es ist in Ordnung, ja. Ja, ja. Schach ist eigentlich kein schnelles Spiel, obwohl wir noch sehr viele Diszipline haben. Es gibt auch beim Blitzschach. Ja, nein. Es ist unmöglich, ne? Ja. Also Weiß ist am Zug, schwarz ist, wie ich das sehe, schwarz ist sehr auseinandergefoltert. Na ja, er verlese sich auch diese Aktivität von diesen Figuren, ja. Aber gut, er kann auch auf E3 nicht nehmen, ja. Also, er kann springend E3 machen, aber dann kommt wahrscheinlich Dame, A7 sogar. Weißt du, so Dame A7 vielleicht. Ja, ja, ja. Dann kann er probieren zu nehmen auf A2, E3. Aber ich sehe, viele gute Züge sind da möglich. Vielleicht. Ja, viele hat er viele gute Züge. Er kann vielleicht Dame D3 machen. Weißt du, dass sie die Dame irgendwie schon da auch... Dass die auch Platz hat, nach links und nach rechts. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ähm. Dann warten wir eben da einfach ein anderes... Ja. Ja, das war die Partie, ja. Also Schwarz stand sicher gut hier irgendwo. Er brauchte das auch nicht so weg. Ja. Okay. Weißt du, ist das jetzt die Partie noch? Ja. Er hat den Bauern... Läufer B5 geklärt. Läufer B5? Ja, das habe ich gewartet eigentlich. Ja, genau. So war es so sehr. Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, der weiß, das hat richtig gespielt, er will noch diesen Läuferdecken einmal mit A2 Bauer, A4 und dann ist der schwarze Angriff weg. Oder ich kann auch A2, A3 spielen und dann musst du die Türme tauschen. A2, A3 ist ganz böse, ja. Also, vielleicht muss er jetzt auf E3 nehmen, das war seine einzige Möglichkeit. Ja, damit du mit der Tür noch verschwinden kannst. Ja, ja, ja. Weißt du, so. Ja, wir werden schon irgendwie einen Gewalt sehen, aber... Aber siehst du, weiß hat nur eine Minute, ja, weißt du? Ja, ja, ja. Obwohl weiß, 54 ihre Punkte vorne. Ja, also Schwarz hält sich beachtlich da, aber weißt du, das ist immer... Die erste Runde kommen diese schwächere Spiele gegen Starken. Weißt du, das kannst du dann sehen, immer... Ja, der Mann hat halt gut gekämpft alles und... Aber Überraschung ist immer mehr gut. Immer mehr gut. Also das sind jetzt der Stand der Dinge? Jetzt. So steht's? Ja. 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 Aber Schwarz hat... Ja, siehst du, er verschwindet schon mit seinem Turm, damit er etwas da auch hat. Aber jetzt dieser Punkt ist sowieso gedeckt, weißt du? Ja. 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 Du schau auf die Uhr, schau auf die Uhr, schau auf die Uhr, schau auf die Uhr. Weiß hat noch 21 Sekunden. Ja. Ist das pünktlich ungefähr, diese Zeitansage? Ja, aber jetzt hat er gezogen. Jetzt hat er gezogen. Jetzt hat er gezogen. Jetzt hat er 30 Sekunden dazu. Er bekommt dann irgendwie 30 Sekunden. Er hat noch 40 Sekunden aktuell auf der Uhr. Schwarz? Schwarz. Ja, 40 Sekunden und weiß. Aber hier steht das anders, ja. Das dauert, das ist immer nicht ganz synchron. Nein, das ist nicht synchron. Aha. Aber schwarz steht. Er hat noch 30 Sekunden. Weiß hat? Er hat 6 Minuten 26 Sekunden. Dann ist das umgekehrt. Dann ist es umgekehrt. Dann ist es umgekehrt. Ja gut, wir, aber wir sind so, wir gehen an der Stellung. Schwarz hat keine mehr Aktivität. Weißt du, du was wirklich? Ja. Er droht zum Beispiel Springer E2 und dann der Springer auf G3. Turm hat keine Felder. Das heißt, Turm ist praktisch, ja er musste das machen. Also gut, er ist, sagen wir wirklich, limpig, ja. Es gefällt mir. Jetzt kann Weiß wieder seinen Springer verbessern. Springer E2, sagen wir. Naja, gut, aber siehst du, keine kurze Remise, die erste Runde, die Leute kamen hier, einfach um Schach zu spielen, das ist doch auch schade. Weißt du, da gewinnt auch schon mehreres, ja. Weiß kann zum Beispiel auch jetzt noch gewaltig seinen Läufer verbessern. Weißt du, Läufer D7 ist sehr unangenehm. Mhm. Dann, ja, ja, ja. Dann eigentlich musst du Turm spielen, dann bekommst du Schach auf E6 und der Läufer geht auf D7, ja. Aber er spielt das auch, das ist zweite Methode. Manchmal führen alle Wege nach Rom. Ja, komisch, beim Schach kann man außen rum geht und kommt trotzdem hin, ne? Ja. Wir haben ja ein Interviewpartner. Oh, dann, ja, dann, ich gebe dir den Mann, dass du ihn dann befragst, ja. Ich brauche einmal ein bisschen Sicherung. Ah, bitte. Rauchst du noch? Oder hast du geraucht in deinem Leben? Ja, hab ich. Ich bin froh, dass... Okay. Beim Schach ist Rauchen verboten. Ja. Früher im Kaffee warst nie? Nie. So, guten Tag. Hallo. Arthur. Servus. Servus, hallo. So, also, hast du gewonnen oder verloren? Ich habe gewonnen, die erste Runde. Aha. Also, ich hatte einen... Ich schaue mal auf den Plan, du hast gespielt. Was du weißt? Ich war schwarz. Aha. Du warst schwarz? Gegen den Herrn Vorberg aus Volvermoor, ein Lokalmatter, da sozusagen. Und du bist auch von hier? Ich bin von Ebersberg, genau. Ja, ja, jetzt sind wir beide noch schwarz. Genau. Deal gegen... Peter Vorberg, die Nummer 27. Aha. Okay. Ja, dann musstest du ja gewinnen. Ich war Favorit, das ist richtig, aber erste Runde, man ist noch nicht so richtig warm gespielt im 1960. Erstes? Und jetzt? Ein 60 Turnier? Innerhalb unserer Vereine haben wir schon mehrere Übungsturniere gespielt. Ja. Und außerdem waren wir mal in Unterhaching bei den Schaffreunden, die machen auch mal 160 Turniere. Also ein bisschen Erfahrung ist vorhanden? Ein bisschen Erfahrung ist schon vorhanden. Genau. So, jetzt müsste man mal schauen, wo die Partie ist von dir. Die ist jetzt hier auf dem großen Feld, genau. Da stehst du zwar mit Giel, aber da steht... Giel bin ich, aber der Weiße ist nicht richtig angetragen. Der Weiße ist nicht richtig. Der Weiße ist... Der Weiße heißt hier Soryogin und in Wirklichkeit müsste es aber der Herr vorwärts sein. Genau, richtig. Ja. Also wenn ich mal... Stimmt denn wenigstens? Die Stellung stimmt. Die Stellung stimmt, genau. Wie war es für dich, als du gesehen hast, das ist jetzt ausgelöst worden? Warst du... Fandest du das interessant? Fandest du das blöd? Fandest du... Interessant fand ich vor allem die Königsstellung auf C1. Weil ich mir gleich gedacht habe, der steht ja schon zur C-Roschade bereit. Ja. Da müsste nur der Turm vom A1 auf das Feld springen, wo jetzt im Moment noch der andere Turm steht. Ja, genau, genau, genau. Das bedeutet, man müsste den Turm nach vorne oder zur Seite fahren, dann muss nur noch der Springer weg und so kann man die C-Roschade. Genau, genau. Der König würde bleiben und nur der Turm würde rüber gehen, ne? Genau. Und ich habe die Roschade auch gespielt, aber sehr, sehr spät. Aha. Sehr spät erst, im 22 Bezug, wie man hier sieht. Das ist jetzt noch so eine Stellung, die etwas früher ist. Das ist jetzt kurz vor meinen Figurenopfer sehe ich gerade. Genau. Das analysiert nicht, weil es dein ist. Genau. Also der Herr Vorwerk hat die Dame nach B5 gespielt und da war mein Randspringer war damit angegriffen. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nein, wenn ich zurückgehe, dann kann man mal vielleicht den Bauern nehmen und naja, was soll's. Da ist so ein schönes Feld, wo zwei Springer drauf schauen, das Feld C4 und gleichzeitig gibt man Schach. Da dachte ich mir, der Springer, der steht danach sicher, kostet mich zwar ein Pferd und ich kriege nur einen Bauern dafür, aber dafür kann ich gleich weiterspielen. Und man muss auch besser beachten, die beiden Läufer im Eck oben, H8 und H7, stehen eigentlich ziemlich generell. Die haben die Bombenwege, die Diagonalen, die sind beide frei, direkt den König angestellt. Das ist auch schwere Artillerie. Eigentlich ist die leichte Artillerie. Leichte Artillerie. Das ist Artillerie. Ich wollte damit nur sagen, dass die weit schießen. Die schießen weit, genau. Aber die Türme sind eigentlich die schwere. Ja, ja. Die Stichlei. Ja, genau. Auf jeden Fall kann man da weiter rummalern damit. Du bist jetzt mit dem Springer auf C4. C4 ist es mit Schachgebot. Und den kann er mit dem Bauer nehmen, das hat er auch gemacht. Ja. Und dann kommt aber der nächste Springer. Und sagt wieder Schach. Ja. Ja. Jetzt mein Schachgebot vom Springer, der ist gedeckt vom Bauern. Da muss der König jetzt wegziehen. Er ist nach unten gegangen. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob es besser gewesen wäre. Darf ich mal interpretieren. Wie weit hast du damit gedacht? Du hast jetzt einfach den zweiten Springer da hingesetzt. Wusstest du es jetzt im Schach? Der Springer kann nicht genommen werden. Er muss weg. Wie weit denkst du in dem Moment voraus? Ich habe in dem Moment, habe ich mal meinen nächsten Zug noch gedacht. Ich nehme dem Springer den ungedeckten Bauern. Den A-Bauer. Nein, in der Mitte ist noch ein E3-Bauer. Ja, genau. Der ist ungedeckt und der greift gleichzeitig den Turm an. Und dann haben wir den Bauern auf C2, wo der Läufer im Eck und der Springer beide den C2 noch attackieren. Ja, ja. Und deswegen kann ich gleich wieder weiterschwilen. Also er muss mit dem Turm an. Wo weit hast du. Genau. Und jetzt konnte ich sogar den an. Jetzt habe ich nämlich schon drei Bauern für den Springer. Und ich meine, mein König steht auch ein bisschen ungünstig. Das muss man schon auch sagen. Weil seine Läufer ist ja ähnlich. Die haben ja eine ähnliche Position bezüglich meines Königs. Insofern ist eigentlich immer nur eine recht spannende Partition. Das heißt, du musst den permanent Druck machen, weil jetzt mit seiner Dame auf deinen König dich immer irgendwie sickieren kann. Ja. Wir haben beide das Problem, dass der A-Turm noch nicht mitspielt. Aber das ist beidseitig. Und ansonsten. Ja, jetzt fängt er nämlich an. Jetzt mag er womöglich die Dame tauschen. Jetzt ist ein Feld, wo die Dame Schach zahlen kann und gleichzeitig Neidame attackiert. Ja. Das hast du dir so gedacht? Ja, das dachte ich mir wäre sein Plan. Weil mit einem Springer mehr, auch wenn ich drei Bauern habe, möchte man schon noch gern tauschen. Ja. Wenn man schon mal einen Vorteil hat, dann dekliniert man das durch. Bis zum... Jetzt war es ein bisschen kritisch. Ich habe den Turm vor meinen König gestellt. Ja. Du hast den 5 einfach nicht gestellt. Ja. Weil jetzt kann er das Schach noch geben. Und gleichzeitig ist der Bauer nochmal angegriffen. Und jetzt hätte er aber einen sehr guten Zug gehabt. Dann wäre mein Angriff gestoppt gewesen erstmal. Welcher? Mit dem F-Bauern, F4, eine nach vorne, nach F5. Dann wäre nämlich der weiße Läufer oben abgeklemmt gewesen. Genau. Der würde bis nach C2 schauen. Und außerdem greift der andere Läufer meinen Turm an. Also das wäre ein doppelgefährlicher Zug gewesen. Dann wäre es nochmal sehr spannend geworden. Ich hätte dir in dem Moment gedacht, den Bauern nehme ich mir meinen schwarzen Bauern. Aber du hast recht recht, der Läufer geht auf deinen Turm. Genau. Aber gut, das hat er nicht gesehen. Er hat einen anderen Zug gemacht. Das kommt dann unter verpasste Chancen. Das ist vielleicht nicht... Ja. Aber so wichtig war es. Aber dann, Uli, dann hätte man das Problem mit dem hängenden Bauern auch die E5 dahin. Also das ist schon ein bisschen verzwickt jetzt dann, wenn er so gespielt hätte. Aber sein Zug... Also war es nicht? Sein Zug war dann? Er hat einen Springer, denke ich, aktiviert. Also den von C1. Turm A2? Turm A2 hat er erst gespielt. Er hat den Bauern nochmal gedeckt, den schwachen Bauern auf C2. Und jetzt bin ich mit dem Turm nach vorne, damit der nicht mehr angegriffen ist, wenn er schon den Bauern Zug macht. Ja. Wie man vorher gesagt hat. Ja. Ja. Gut, er macht den, glaube ich, trotzdem. Mhm. Jetzt macht er den. Ja. Und jetzt ist es im Moment so, dass ich den Bauern gerne nehmen würde. Ja. Aber dann hängt der Bauer auf die Kunde und das wollte ich nicht, weil dann wäre er wieder gut reingekommen. Ja. Und darum habe ich jetzt die Rochade gemacht. Aha. Recht spät. Ja. Aber das ist jetzt genau so, dass der Turm einfach über den König rüberspringt, der eh auf seinem Rochadefeld ist. Ja. Genau. Und dadurch ist der Turm in der Mitte und spielt mit und deckt den Bauern. Aha. Genau. Ja. Jetzt ist er mit seinem Springer aus zentralisiert nach D3. Und er macht mir das Leben schon noch ein bisschen schwer. Ja, er will nach C5 mit einem seiner Springer wahrscheinlich und dann da noch Gegenangriff machen. Mhm. Weil mein König, wie gesagt, also so sicher steht er jetzt auch nicht. Ja, ja, ja. Ja. Und seine Leute, wie gesagt... Er könnte mit beiden Springer auf dieses C5-Feld gehen, oder? Dass es mal nachmacht sozusagen. Ja. Aber gut, jetzt habe ich, glaube ich, den Bauern genommen und jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt hat er den Bauern genommen, obwohl er zweifach gedeckt war. Vielleicht hat er sich gedacht, wenn ich mit dem Pferd nehme, dann kann er meinen Turm nehmen. Mhm. Und der Springer deckt beide Türme jetzt. Das ist ganz lustig. Weil die Dame könnte ja im Prinzip beide angreifen. Und somit kann er aber keinen der beiden Turme nehmen. Mhm. Jetzt muss er zurückgehen. Nein, jetzt ist er mit dem Pferd dazwischen, damit die Dame nicht mehr angegriffen ist. Aha. Und jetzt habe ich seinen schwarzen Läufer abgeklemmt und gleichzeitig meinen Läufern wieder mehr Wege freigemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt... Genau, er möchte den Springer rausnehmen, weil dann der Turm umgedeckt ist. Ja. Jetzt habe ich aber seinen Springer rausgenommen, mit dem Läufer oben, weil der Springer nicht nehmen kann, weil sonst die Dame hätte. Ja, ist ja logisch. Er müsste ihn mit dem Bauern nehmen, oder? Wenn er mit dem Bauern genommen hätte, dann hätte ich den anderen Springer mit einem der Türme nehmen können. Also ich meine, das habe ich sowieso gemacht. Ja, ja, ja. Also jetzt ist es eigentlich schon... Jetzt hat er schon zu viel hergegeben. Jetzt kann man schon sicher auch... Also jetzt war ich eigentlich sicher, dass es gewonnen ist. Mhm. Jetzt hat er meinen Springer genommen, damit die Türme eventuell angegriffen sind. Mhm. Und ich bin mit meinem Läufer wieder... Nein, erst habe ich den genommen, weil der jetzt umgedeckt ist. Ja. Jetzt habe ich mittlerweile einen Läufer mehr. Ja. Die Dame ist angegriffen. Ja. Und den angegriffenen Läufer fahre ich wieder zurück, weil der wertvoll ist. Ja. Weil der immer noch in die Königsdiagonade schaut. Genau. Ich meine sicher, ich hätte auch andere Züge jetzt noch machen können. Aber jetzt ist sein Läufer, der angegriffen war, ist zurückgegangen. Und jetzt ist wohl die Entscheidung eigentlich, jetzt ist es gleich aus. Obwohl es jetzt so ausschaut, als würdet ihr beide zurückziehen, sagst du, es ist gleich aus. Aha. Ja. Ja. Genau, weil dieser Bauer jetzt, dieser Bauer, der kommt jetzt nach vorne. Aha. Ja. Ähm. Ähm. Also der droht natürlich, dass er gleich auf C2 rein schlägt. Ja. Und... Oder dass der Turm auf C2 schlägt. Also da wird jetzt die Königsstellung vollkommen aufgewissen. Ja. Und... Und... Allerdings habe ich jetzt vergessen, dass mein Turm hinten vom Läufer genommen werden kann. Aha. Deswegen habe ich es nicht wirklich vergessen. Weil jetzt nämlich die Dame runter kann und dann es macht in zwei Zügen. Ah. Der Läufer hat das Damenfeld hier abgedeckt. Aha. Und nachdem er den Turm genommen hat, kann die Dame runter. Ja. Der Läufer, der hat die ganze Diagonale. Das ist ganz lustig. Ja, ja. Alle schwarzen Hälfte sind frei. Schneidet es in zwei Hälften quasi. Aber also der König kann nicht nach vorne. Ja. Da kann er jetzt nur noch mit dem Turm dazwischen gehen. Aber der Turm ist dann umgedeckt und dann nichts macht. Ah. Das war so die Idee. Oder das war das Ende dann. Ah. Ja. Das ist erstaunlich für einen Lichtschopf für mich. Ich habe mir gedacht, in dem Moment, ihr wart da so gepackt da unten und dann geht ja alles auseinander. Erst einmal. Erst einmal. Aber in Wirklichkeit ist da sozusagen genau der Hund begraben gewesen. Wenn er den Läufer nicht, wenn er den Läufer nicht davor wäre, was wäre dann die Alternativität? Wenn er den Turm nicht genommen hätte? Wenn er den Turm nicht genommen hätte. Er hätte die Dame nicht frei gemacht, oder? Ja, genau. Wohl lieber nur zwei Züge zurückgehen. Er stand schlecht. Er stand schlecht. Genau. Also vor allem jetzt nach dem Bauernzug. Nach dem Bauernzug, ja. Das ist noch klar. Ja. Hätte es ihm was gebracht mit seinem Bauern, deinem Mann wegziehen? Dann wäre er gleich matt gewesen. Wäre gleich matt gewesen. Dann geht der Turm runter. Na ja. Na gut, okay. Gut, schön. Danke. Danke für die Erklärung, dem Laien. Ja. Also das geht nicht. Mit der Dame. Mit der Dame kann er ihn im Grunde nicht nehmen, weil der Läufer ja den Bauern noch deckt. Also insofern den Bauern kann er gar nicht nehmen. Der ist heilig, ja. Genau. Der ist heilig, ja. Also dann wäre es auch aus. Ja. Mit dem Turm. Mit dem Turm, aber dann nehme ich wahrscheinlich auch mit dem Läufer den Turm. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Dann, ja, mit dem Läufer den Turm nehmen. Jetzt kann er wieder nicht mit dem Bauern nehmen, er ist wieder Macht. Ja. Aber jetzt ist auch, jetzt geht einfach der Turm B5, C5 nach B5 und. Dann hast du mal gesagt. Ja. Gut. Ja. Na ja, aber letztendlich, da habe ich jetzt einen Turm mehr. Also da kann ich mich auch mit dem Läufer umgehen und dann... Schau, 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 schau. Nein, nein. Das ist aber sein. Ja. Nein, aber da, also wie gesagt, das wäre dann ein Turm gewesen, den ich mir habe. Ja. Ja. Nein, da muss man vielleicht noch... Das wäre auch klar gewesen, aber es hätte ein bisschen länger noch gedauert. Hätte ein bisschen länger noch gedauert, was macht man denn da? Ja. Ja, ich kann auch die Damen tauschen dann irgendwie, Damen nach E4 wahrscheinlich. Na ja, auf jeden Fall ja wahr, ab dem Moment, wo du mit dem Bauern diesen einen Schritt nach vorne machst. Bzw. ich hätte vorher schon welche Feuer verhindern müssen, dass der Bauer überhaupt so weit kommt. Dein Bauer auf der D-Linie, ne? Dass du, als du den Bauern von D4 nach D3 gespielt hast, das warst du, oder? Ja. Das war das, das war, das war sein Todesurteil mehr oder weniger, mit diesem Bauernzug da nach unten. Ja, schauen wir mal kurz nach, was war denn der letzte Zug, bevor der Bauernzug kam von ihm? Nein, ich meine, dein Zug. Ah ja, genau. Ich meine, in dem Moment ist halt sein Läufer angegriffen. Ja. Und ich meine, den Läufer muss er ja wegfahren, sonst ist der auch noch weg. Ja. Also es war hier schon vorbei, da war dann schon die Figur weg. Gut. Wunderbar. Ich sage danke, weil wir machen jetzt, glaube ich, irgendwann einmal zu Hause. Ich bedanke mich. Gerne. Ja, bitte. Wir sehen uns hoffentlich noch. Ja, sicher. Gut. Herr Zenker, wie sind wir in der Zeit? Ich denke, wir machen jetzt mal Pause für eine Viertelstunde und melden uns dann mit der Zusammenfassung der Runde. Das heißt, Sie kommen dann hier auf den Platz? Etwa 20 Minuten bevor die zweite Runde beginnt. Die zweite Runde fängt an um, jetzt ist es 10.05 Uhr, die zweite Runde fängt an um 17.15 Uhr. Genau. Wir melden uns um 20 Minuten. Ja, okay. Gut. Gut geht's. Also holen Sie sich Ihren Kaffee. Wir sehen uns wieder. Danke. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe Zuschauer, wir melden uns mit der Zusammenfassung der wichtigsten Höhepunkte der ersten Runde und haben als erstes für Sie herausgesucht, einen Moment aus der Stellung Brautsch gegen Mayer, der internationale Meister Alexander Mayer. Der Springer war auf Zentralein. Hatten wir, ja. Das große, große Erlaubenverschiebe. Ja, schon vorgestellt, genau. Und wie es oft ist im Schach, der stärkere Spieler macht etwas Druck, die schwarze Dame ist hier eingedrungen ins gegnerische Lager und, ja, sollte natürlich am besten wieder hinausgeworfen werden. Dame F3 zum Beispiel, ja hier die richtige Antwort. Die Weiße, die Spieler... Ja, gut, G3 hängt auch, natürlich, man wird einen Bauern... G3 hängt auch, ja genau. Und das war der Grund, weswegen Weiß eben Springer D2 gespielt hat. Hat den Bauern G3 gedeckt, dabei aber ein wichtiges Detail übersehen. Es ist nämlich so, dass der König sowohl B2 als auch den Turm D2 decken muss und mit diesen beiden Aufgaben schlicht und einfach überlastet ist. Schwarz kann einfach auch B2 nehmen. Das ist ein vorübergehendes Opfer, aber es ist wirklich nur sehr kurzfristig. Die Stellung ist... Gewinnt Material praktisch. Gewinnt Material und... Schwarze Felder werden dann immer noch sehr schwarz. Und damit die zwei und die Weiße Königsstellung ist auch gleich. Qualität weniger sagt man nicht, aber hier ist die Stellung sehr miserabel. Wenn die wachschwarzen Türmen kommen, kommen einfach ins Spiel. Nein, das ist ein guter Beispiel, aber man erwartet eigentlich sowas immer in der ersten Runde, weil die erste Hälfte spielt gegen Zweiten, dann meistens ist der Unterschied zu groß. Zu groß, ja, der Stärke Unterschied zu groß. Aber alle haben sich ganz gut geschlagen. Die Partien waren recht interessant. Dann kommen wir zu unseren verpassten Chancen und da können wir kurz... Und wir sind bei der Partie Rot gegen Teske. Großmeister Hendrik Teske spielt hier mit Schwarz. Ja, wir müssen zur Stellung beginnen. Ja, wir müssen zur Stellung beginnen. Das war später, diese Schanze. Ja, das war sehr interessant. Schwarz stand lange, aber jetzt ist das so... Hier, Turm HG1. Turm HG1, ja. Hier passiert dem Großmeister ein Fehler, ein kleiner Fehler. Ja gut, aber sein Springer hängt, ja, also sicher. Aber was sollte er schon tun? Also vorher, wenn man sich die Stellung anschaut? Ja, er hätte, ich denke, er hätte Dame HG6 spielen können, ja. Dame HG6, Dame HG6. Dame HG6 weiß natürlich, mit Turm am Gerbier schlagen, ja. Und es ist trotzdem... Turm HG1, ja. Turm HG1, ja. Und es sieht so aus, als würde der Springer den Weg verloren gehen. Also es gäbe hier eine Möglichkeit, wie Schwarz aus dieser Ärgerung auskommt, ja. Ja, ja, ja. Aber er hat was schlecht gemacht, also er sollte Dame HG6 spielen. Er sollte Dame HG6 spielen, ganz genau. Stattdessen läuft er D7. Er gibt ein unglaubliches Feld ab, das soll man nicht tun. Das Feld D5, was vorher noch mit dem Läufer bedeckt war, ja. Ja. Weiß kann sofort eindringen mit dem Springer und macht es auch. Ja. Und... Draug ist vor allem Dame HG6. Dame HG6 vor allem. Aber natürlich auch... Ja, aber eigentlich... Wahrscheinlich ist das jetzt für Schwarz schwer, weil wenn Läufer... Irgendwo zieht, dann nimmt man ganz ruhig Turm. Läufer E6. Ja, zum Beispiel, dann nehme ich Turm mit Springer zuerst. Und nach Dame HG7 nehme ich noch einfach sehr zu vieler Weise... Also der Großmeister hier in einer sehr, sehr prekären Situation. Ja, wäre, wäre. Sehr ungewöhnlich. Und er hat hier wirklich Patrick Roth eine große Chance, eine Elfmeter verschossen. Ja, es war Elfmeter. Ein Elfmeter verschossen, ja. Es kam ja C5 und noch einmal hätte er... Ja. Eine... Eine... Möglichkeit gehabt, die Partie... Naja, in der Städte sind drüber... Ja, 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 ja. Aber jetzt kommt ein... Hier hätte Turm B1 folgen müssen. Leider von Weißen nicht gesehen. Leider eine große Chance verpasst. Ja, ja. Und nach B6-Belfin, dann... Ja, B6-Belfin. Dann kommt noch unglaubliches starke Zucht. Amen. Ja. Und der Schwarze König hat kaum noch einen Schutz. Die Bauern können ihn nicht mehr schützen. Und es droht Matt auf B6. Es ist immer noch... Ja, er müsste mit König nach vorne sich stürzen. Aber das ist sicher auch nicht gut, weil... Ich kann das jetzt ganz locker spielen. Ich kann auch... Äh... Äh... Ja, mit Schach sogar. Und... Und äh... Nach Dama Ersingen kann ich schon wieder verschiedene weitere Sachen machen. Fesselt den Läufer, ja. Nach Dama Ersingen. Naja, ich habe das schon direkt gemacht. Nach Dama Ersingen. In Belkin. Das muss man sagen. Nennen Sie ruhig. In Bauer auf Belkin. In Dama W5 natürlich. In Dama W5 natürlich. Jaa... Aber... Weiß Gewinn wie er... Wie er will natürlich. Ja, in Dama W5 natürlich. Nein, aber gut. Dann wie ging die Partie? Wie... Also eigentlich hat das gehabt Glück. Dann wollen wir es so stellen. Weiß Name... Genau, genau. Und äh... Schwarz hat also C4, C7, C5 gespielt. Wonach also Weiß jetzt... Die Turbe 1 gewinnen konnte. Hätte gewinnen können, ja. Ja. Stattdessen kam es zu Läufer F6. Und das leitet uns direkt über zu einem fantastisch guten Zug, der hier einen Tusch von uns bekommt. Und äh... Und diesen Tusch bedehnt hat der Zug, der hier kam. Nämlich Dame schlägt F6. Ein überraschendes und unglaublich starkes Damenopfer. Aber äh... Zielt letztendlich auf der langen Diagonale bis zum Turm 1. Vielleicht ist das noch nicht so verloren. Weiß, anstatt Partie zu gewinnen, leicht, ja. Jetzt plötzlich konfrontiert er sich mit so Varianten. Jetzt hat er keine Wahl. Nämlich... Springer F6. Wir zeigen noch ein paar... Läufer F6. Dame G3, ja. Weiß hat noch irgendwas, ja. Die haben zuerst die Züge wiederholt mit Läufer F6. Dame G3. Und jetzt hat er genommen. Na, das ist vielleicht noch nichts geworden. Naja, Dame G6 ist auch nicht der beste Zug. Hier wäre Läufer G4 besser. Und äh... Ja, ja. Und äh... Es ist hier, Leute, die viel essen. Vielleicht ist es besser noch die Züge zu wiederholen. Ich glaube, das läuft noch nicht. Er konnte hier die Züge wiederholen. Schön ist, dass in diesem Turnier hier, man spielt nicht auf Unentschieden. Er versuchte rein. Ja, ja. In seinem Rückgang. So, da war diese Zugwiederholung. Jetzt ist wieder die Dame zwar rein, aber... Was ist das jetzt? Acht und letztendlich hat Schwarz zu viel Material für die Dame bekommen. Ja, ja. Und dann auch in einigen weiteren Zügen dann gewonnen. Ja. Also man sieht Schach 960. Man hat als schwacher Spieler immer große Chancen oder oft große Chancen gegen viel, viel stärkere Spieler. Das macht Schach 960 interessant. Aber man muss sie nutzen, wie man sieht. Das, ja. Man muss sie nutzen. Wünschen uns deine Chance. Äh, genau, genau. Aber damit... Ist die erste Runde. Ist die erste Runde eben abgeschlossen und die zweite Runde beginnt? Wann beginnt eigentlich die zweite Runde? Ähm, die Partien laufen schon. Moment. Ja, es ist 4. Ah, ja. Das ist die Ausgangs... Moment. Das ist schon das Ende von dieser Partie, ja. Wo haben wir die zweite Runde? Hier haben wir die zweite Runde. Ja, wir können die zweite Runde, die Karten mal schauen, vielleicht. Schauen wir mal die Ausgangsstellung einfach mal an. Aha. Was uns auffällt hier in dieser Stellung. Vier Eckläufe. Ja. Vier Eckläufe. Das ist keineswegs immer langweilig. Die werden, weiß Gott, nicht immer abgetauscht gegeneinander. Ja. Also, was wir hier ein bisschen irritiert, jede Figur steht anders zu normalen Partien. Also, jede Figur steht anders. Also, nicht sogar Springen sind anders, Türme sind anders, König ist anders, Rame ist anders. R2-R4 ist sicher ein guter Zugang. Wir sind hier bei der Spitzenpaarung, Schlichtmann gegen die... Ja, da wird es schon viel mehr interessanter. Robin Schlichtmann werden wir vielleicht auch zum Interview mal bitten können. Ein sehr starker, aufstrebender junger Spieler hier aus der Nähe. Hat er schon angefangen? Es geht jetzt hier los. Es geht hier los. Es geht hier los. Es geht hier los. Auch los geht es los. E4-R4, offenes Spiel natürlich. Wir haben schon hier uns erwähnt, ein bisschen über Fischer. Fischer hat geglaubt eigentlich, dass das sei der stärkste Zug. Er hat sogar, ich erinnere mich, da waren so die Knöpfe hier und da stand, E2-E4 is the best. Und das kann ich nicht glauben. Ja, aber warum nicht? Da ist kein jetzt schwacher Zug, die Leingebind. Die Dame hat plötzlich Luft und der Läufer steht auf Diagonalen. Und dem Springer wird auch das G6 immer noch ermöglicht. Aber das ist ein typischer Fischers-Rendomschacht-Zug. Ja, auf jeden Fall. Und Weiß steht jetzt zunächst mal vor der Überlegung, wenn er nämlich D3 spielt, hier dem Weißen Läufer gleich gegenüberstellt, dann verliert er nach dem Läufertausch das Rochade-Recht. Ja, ganz genau. Ah ja, drum spielt er den Springer nach E3. Er wird etwas vielleicht im Zentrum bauen, nicht? Also sagen wir, ja, gewinnen wir. Aber er läuft auf A1 steht, ja, vielleicht dann... Er wird den Springer nach C3 spielen müssen, um dann B3 voll zu lassen. Naja, die Gero-Schade ist auch nicht leicht anzustreben. Die Dame muss erst raus. Und der Springer muss erst raus. Das kostet schon auch ein bisschen Zeit. Und er kann vielleicht, wenn er das schon so angefangen hat, vielleicht kann er Springer D1 auf C3 platzieren und dann lange auf A1. Und dann lange auf A1. Das schaut... Ich weiß nicht, ob das Sinn hat, ja. Aber in der Stelle sind die Türme, schön. Verbunden, ja. D1, E1, das ist immer der Angen. Ja. Ja. Was haben wir vielleicht noch eine Erfahrung, die so... Ja, es gibt ja... Eine andere Eröffnung. Ja. Nicht so weit. Teske gegen Gassmann. Eröffnet mit E4, ja. Versucht also die Dame hier... Richtig. Das ist möglich. Nach A7 gleich. Wenn der jetzt der Schwarz nicht zu schlagt. Zu schlagen, ja. Naja, das wird er hoffentlich sehen bei 25 Minuten Gedenkzeit. Ja, man muss im Schach 960 ab dem ersten Zug überlegen und schon mit dem ersten Zug kann man einen Bauerngewinn drohen. Ja. Ja, genau. Ja, also wenn ich mich damals mit Fischer nicht noch über diesen Schach unterhalten habe, er war schon überzeugt, dass einige Stellungen von diesen 960 sind für Weißvorteilhaft. Das hat er mir auch gesagt, aber er sagt, es ist sehr wenig. Only few. Ja, ja, ja. Es ist kaum zu beweisen. Computer haben es, glaube ich, noch nicht beweisen können. Aber immerhin, das ist dieses Reichtum von Spiel, ja. Wo sie wirklich... Ja. Man muss denken, da ist nur eine Grundstellung von dieser... Ich weiß nicht, welche Nummer ist das? Das man da bekommt. Das war ein Zufall. Genau. Das man bekommt jetzt die Grundstellung, die wir kennen mit allen Hütteln und so. Ja, ja, ja. Genau, genau. Also... Also hier auch eine asymmetrische Eröffnung. Es stellt also keineswegs den Bauern auf F5. Na gut, vielleicht kommt es jetzt noch. Er musste ja erstmal auf A7 decken. Okay, jetzt hat sich Schwarz erneut zu befassen, ob der Bauer A7 nicht bedroht ist. Läufer schlägt C6 und dann ist der Bauer A7. Er ist weg. Er ist wieder bedroht, ja. Kann man ihn opfern? Wahrscheinlich nicht. Wenn der König auf C8 ist, ist er riskant. Er müsste jetzt nicht zu lange nachdenken. Wahrscheinlich weiß er das Spiel. D6. Ja, ja. Schließlich, auch wenn er das nicht so schlägt oder ist, ja. Ich denke... Sie sollen etwas opfern schon da. Ja, der kann dann noch Rob Bauer... Also es gäbe schon die Möglichkeit, den Bauern zu opfern. Man könnte, wenn die Dame auf A7 steht, B6 spielen. Die Dame wird über die A-Linie zurückspielen und man droht Läufer B7 durch Turm A8. Und auf A2 ist er auch der Bauer umgepickt, ja. Also man könnte es als Bauernopfer schon probieren. Ein mutiger Spieler... Und besonders, wenn das nicht meine Bauern sind, wissen Sie. Also ich opfere sehr gerne alle Bauern von Kollegen. Ja, 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 genau. Aber es ist ein Rahnbau, also... Es ist eine sehr interessante Stellung, ja. Wo ist die Theorie? Ja, genau, genau. Man kriegt die offene Linie, die offene A-Linie. Ja, das ist sehr wichtig. Und mit Sicherheit ein, zwei Tempi, oder? Ja, vielleicht so schwarz spielen, G5 einfach. Wäre interessant, wenn er jetzt tatsächlich hier am Damen... Ja, G5 spielen wir so. Und ich würde dann sogar... Nein, nein, wahrscheinlich mit der Bauer. Es ist komisch, also... Welche Reaktion? Ich habe in dieser Linie das nicht, ja. Ja, nein, das ist sehr optimistisch, so zu sagen. Schauen wir mal die nächste Eröffnung an. Ja. Ah, es sind schon etwas weiter. Herbold gegen Vistus Meyers. Ja. Vistus Meyers, ein Großmeister. Ja, er ist sehr erfahren. Also wenn ich mich an diesem Wettbewerb hier beteiligen sollte, wer wird siegen. Ja. Dann werde ich da wahrscheinlich auch bieten. Tatsächlich, okay. Er gehört sicherlich zu den Favoriten. Ich kenne ihn nicht gut genug. Ja, er hat schon ein paar Opens sogar in Deutschland gewonnen. Ja, ja, ja. Er war gespielt in Bad Humburg. Schauen Sie, er spielt auch den gleichen Aggressiven. Ja, er ist hier dreimal gespielt auf ersten sechs Brettern. Ich habe ihn noch irgendwo gesehen. E4, okay. Weiß stellt klassisch eine Zentrumsstrategie dagegen. B6, Springer E3, Springer C6, wirkt ganz normal. Und dann spielt Weiß tatsächlich B3 und verzichtet auf die Rochade. Ja, die Rochade, also lange Rochade. Auf diese C-Rochade, lange Rochade, C-Rochade, ja. Springer G6. Ja gut, aber ja, vielleicht geht es bei 2 Tunze 1, schafft er noch. Also, wissen Sie, König kann da einmal, weil zu kurzer Rochade hat der Weiße König sehr lange weg. Ja, ja, das ist ein langer Weg. Dann müsste die Dame zuerst weg, dann wäre ein Springer, was mit der Springer ist kein Problem. Es kam ein Springer E3 E5, was ein bisschen früh mir erscheint. Er spielt den Springer schon zum zweiten Mal, was eigentlich ein Bruch ist mit den klassischen Reden. Und er kam an E6 und er musste wieder zurück. Er hätte viele andere Züge gehabt. Ja, es ist Zeitverlust, meines Erachtens. Ja, 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 den anderen Springer. Aber in diesem Zug E6 musste er doch rechnen, ja. Ich meine... Genau, es kommt E6. Das ist ein Schachverlust, ja. Tempoverlust praktisch. Was hat er sich gedacht? Ich meine, er ist ja kein schlechter Spieler, Herbold. Was hat er sich gedacht? Er wollte doch nicht Springer H6. Nein, das verliert sofort. Es kommt der Dame G7 mit zwei Doppelanschenten. Natürlich, ja, ja. Der Zug ist wirklich unverständlich. Ist unverständlich, ja. E3, Schwarz hochiert lang und jetzt A4. Und das ist wohl der letzte Zug bis dato, A4. Ja. Na ja. Ich würde schon hier lieber mit Schwarz spielen. Schwarz hat sehr viele Pläne hier. A4 ist auch zu optimistisch. Er entwickelt sich nicht. Er müsste den Springer entwickeln, ja. Er entwickelt sich nicht. Vielleicht auch D2, D4 in irgendeiner Art und Weise vorbereiten. Ja, und Schwarz ist einfach Atemspiel. Und ich habe schon bei 4 vielleicht. Ich bin näher. Aber das würde ich nicht machen. Schwarz müsste etwas hier im... Wissen Sie, er hat diese A4, vielleicht war es schon Verteidigung. Weil Schwarz konnte Dame erpackt. Und Dame A3 spielen. Wissen Sie, Dame A3. Ja, ja. Da geht er auch noch A3 oder König B2. Aber er will dann F5. Also Weiß ist jetzt schon etwas, würde ich sagen, passiv. Aber gut, Schwarz muss schon auch noch im Zentrum kommen. F5 ist im Moment nicht möglich. Ja, wir machen das Interview. Ja, genau. Ja, kommt rein. Ja. 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 Ich glaube, das ist... Spannend. 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 Wir sehen uns und übergeben den Profis. Ja. Sicher. Spannend. Ja, das ist interessant. Danke, danke, danke. Lass dich kurz in 20 Minuten? Ja, ja. Nur vorher wenn es kommt. Ja, ja. Wenn es kommt. Ja, ja. Wenn es kommt. Das ist eine gute Mama. So. Schaff, Freunde. Wir sind wieder zurück. Jetzt machen wir eine andere Pause. Ich habe jetzt die große Ehre und die Freude, den Hauptsponsor, den Besitzer dieses Geländes hier begrüßen zu dürfen. Wir reden ein bisschen über sein Leben und seinen Bezug zum Schaff. Ich begrüße Dr. Ulrich Böhm. Ernst. Ich bin verlaufen. Wieso komme ich ab Ulrich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann man nicht alles gleichzeitig merken. Wahrscheinlich. Sie sind der Besitzer dieses Geländes hier. Kann man das sagen? Eine Firma, bei der ich Mitinhaber bin, ist Eigentümer und Besitzer des Geländes. Und das ist diese Firma? Das ist diese Firma. Warum ist da München und das Zeltag? Unsere Ursprünge liegen in der Dachdeckerei. Wir waren mal der größte Dachdecker Bayerns und haben das Olympiadach gedeckt. Und darauf sind wir stolz. 72? 72 und dann nochmal 96 bis 99. Als es renoviert worden ist. Als es renoviert worden ist. Und darauf sind wir stolz. Und wir haben bei der Stadt angefragt, ob wir es in unseren Firmenzeichen aufnehmen dürfen. Und das dürfen wir dann. Und das Biotto steht für Böhm und? Nein, das steht für Bieler und Oberneder, unsere Firmengründer. Reiner Zufall. Und wie alt ist die Firma? Die Firma ist 58 gegründet worden. 58. Hatte früher nicht so viele, wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? Wir haben heute nur 2.000 Mitarbeiter. Eine Baufirma mit 2.000 Mitarbeiter. Und Sie werden aber schon zu den größeren Baufirmen? Ja, wobei wir ein Mittelding sind. Heute wollen ja alle Baudienstleister sein. Wir leben vor allem von Reparaturen. Also sind wir ein Mittelding zwischen dem Dienstleister und der Baufirma. Dienstleister heißt Neudeutsch Facility Manager. Ja, genau. Und die haben einen Haufen Leute. Also Facility Manager. 5.000 oder 15.000. Ja, ja, klar. Da sind die große Investoren eingestiegen. Ja, dafür haben wir für eine Baufirma relativ hohe Mitarbeiter gezahlt. Aber wir haben 1.500 Handwerker. Echte Handwerker. Mauer, Dachdecker, Spendler, Elektriker, Heizungsbauer. Das ist unser Rückgrat. Gaswasserscheiße heißt das. Was haben Sie bei Bezug zum Schach? Nein, ich hatte wie den Schorsch Schweiger im Gymnasium Tingolfing einen Lehrer. Und jeden Mittwoch... Schorsch Schweiger muss dazu sagen, es ist der Vereinschef von der Schachvereinigung. Genau. Und jeden Mittwoch in der sechsten Stunde gab es freiwilligen Kurs Schach. Da sind wir hingegangen. Und wir Buben haben es relativ schnell gelernt. Wie viele waren Sie da? Wir waren, sagen wir mal, in dem Kurs 10 oder 2. Aber 5... Aber auch nur Buben? Nur Bubenmädel haben wir nicht begeistern können. Und 4, 5 sind schnell so gut geworden, dass er uns in Schachtdruck mitgenommen hat. Und das war unser Incentive, weil er hat uns Freitag abends um 7 abgeholt, weil er Schuldiretter war, durften wir mitfahren. Und wir durften bis um 1 in der frühen Schachclub bleiben. Da war Samstag ja keine Schule. Doch, bei uns war Samstag nur Schule. Aber damals war Schule noch nicht so dominierend wie heute. Jedenfalls nicht für uns. Da ist uns auch mitgelaufen und das war nicht so bekannt. Waren wir halt auch da. Und da kam die Liebe zum Schach? Ja, und Spaß hat es auch gemacht. Wie lange hielt das? Ah, das hielt sozusagen bis zur einsetzenden Pubertät. Dann gab es auch andere Prioritäten. Aha. Das heißt, mit dem Schach komplett aufgehört? Ja, mehr oder weniger. Dann habe ich nur noch mit Freunden gespielt. Mei, dann studiert habe ich dann ein bisschen in Freiburg. Dann wäre ich dann in den Schachclub CERN gegangen. Die waren viel zu gut für mich. Ja? Ja, und dann habe ich irgendwie andere Schwerpunkte gekauft. Sie haben Jura studiert? Ich habe dann Jura studiert. Wie sind Sie hergekommen? Sie sind geboren Dinge, haben in Freiburg studiert. Jetzt sind wir aber hier... Zum Schluss habe ich auch die Mütung studiert. Dann habe ich nun gearbeitet. Dann habe ich eine Frau kennengelernt. Die Frau war von da. So der übliche Weg. Drum bin ich da mit denen. Wir befinden uns ja auf einem Gelände, in dem früher eine amerikanische nicht nur Kaserne war, sondern es war ein richtiges quasi eigenes amerikanisches Viertel. Mhm. Also hier waren nicht nur Soldaten, sondern die Soldaten mit den Familien. Teilweise. Ja? Was war das genau? Wie hieß das? Was war das? Das war und ist ein Stützpunkt der MSI. Sie sehen vorne die großen weißen Kugeln, die mittlerweile auch sehr bekannt waren. Ah, okay. Und die Amerikaner gingen weg? Die gingen jetzt im großen Teil weg. Man sagt, es waren etwa 1200 stationiert. Jetzt sind, man wunkelt noch 50 oder 60 da. In einem kleinen Teil des Geländes. Dann, ja mal keiner war weg. Das Gelände stand leer. Wie kam es, dass Sie jetzt, oder die Firma? Die Bundesrepublik hat es ausgeschrieben als Kunststückseigentümer. Wir haben bei der Ausschreibung mitgemacht und letztlich gewonnen. Haben Sie dann diese ganzen Gebäude abgerissen? Sind diese Gebäude auch neu? Oder was war Ihr Ausland? Alle Gebäude sind in der Zeit zwischen 34 und 36 entstanden. Die haben wir renoviert. Wenn wir dazu bauen, bauen wir meistens im Holz. Aber wir haben die Gebäude alle instand gesetzt. Die meisten instand gesetzt. Nach welchen Kriterien? Hat das was mit Energieverbrauch auch zu tun? Auch, wir sagen es zeitgemäß, zeitgemäß versucht man die Gebäude so instand zu setzen, dass sie weniger Energie brauchen. Und was ist das Pflanzengelände? Ist ja doch relativ groß wie viele Leute hier? Wir würden vermuten etwa 500 Leute leben hier. Ja, wir zählen nicht. Wir haben 220 Wohnungen und gehen davon aus, dass pro Wohnung 2,2 Personen leben. Und was... Ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, da steht eine Ideologie dahinter. Gibt es Kindergärten? Ideologie hören wir nicht so gerne. Eine Idee. Eine Idee, wir glauben, dass Quartiere dann am attraktivsten sind, wenn sie gemischt sind. Also jung und alt, art und reich, wohnen und arbeiten zusammen. Und Kinder sind wesentlich belebender als ein Seniorenheim. Ja, für den Grund sind wir stolz drauf. Wir haben also fast 450 Kinder da. Kinderkrippe, Grundschule, Mittelschule, Reihenschule, Berufsoberschule. Alles auf dem Gelände. Ein Fußballinternat. Oh, ja. Eine Schule für Kinder, die mit einem Handicap zur Welt gekommen sind. Also darauf sind wir stolz. Wie lange bleiben Sie das jetzt schon? Wie lange läuft das schon? 10 Jahre noch. Seit 2006. Wie gut ist denn das wöchentlich angebunden? Nein, am Land braucht man Auto, um es abzukürzen. Ja. Gelegentlich kommt mal die Frühlinge mit einer Stadtbäumeisterin Frau Thalgert und sagt, ich bin bei Ihnen nicht so schön. Aber kein S-Bahn-Anschluss. Ja. Also wir haben keinen S-Bahn-Anschluss. Die nächste S-Bahn ist die Pottstraße oder was ist das? Ja, nein. Der Bahnhof Eibling ist ungefähr drei Kilometer weg. Da kommt man schon hin. Von Eibling könnte man mehrere Jahre nicht machen. Ja. Also jetzt sind Sie der Rechtsanwalt, dann Baufirma. Das ist Gelinde. Das heißt aber nicht, dass es nicht Grund dafür ist, warum es das Schach hier beheimatet ist. Genau. Ja, endlich können wir zu dem wirklich Wichtigen im Leben Schach spielen. Ja? Ja, genau. Warum? Warum wir so dann wieder anfangen? Weil jetzt wird der Pubertier aufgenommen. Ja, alles zu seiner Zeit. Spielen kann man, wenn man Hühner ist. Und spielen sollte man wieder, wenn man älter wird. Das werde ich jetzt. Und habe mir gedacht, fange ich wieder an. Und zwischendurch hatte ich auch einmal ein paar ernstere Jahre. Und nicht so viel Freiraum für das Schachspiel erlebt. Ja. Und darum fange ich wieder an. Jetzt ist ein herrlicher Zeitvertreib. Und mein Hirn ist auch nur ein Muskel. Trainiert meinen Hirnmuskel. Jetzt sage ich es zuerst einmal bayerisch, wenn ein Hochdeutschspiel geht noch. Also wie gut sind Sie noch? Ah, da müssen wir auch den Uli Zenker fragen. Der richtigen Bild ist auch im Raum sitzen. An einem guten, ausgeschlagenen Tag kann ich noch in der dritten Mannschaft mitspielen. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, mir macht es großen Spaß. Die Frage ist, ob es meinen Gegenüber einen Spaß macht. Haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas dazulernen? Wird das Schach besser oder versuchen Sie quasi nur sich zu halten? Oder ist es schon so, wenn man dann einmal angefangen hat wieder, dass man dann… Ich träume davon, dass ich nochmal die Energie finde, ein paar Eröffnungen doch ein bisschen zu vertiefen. Eröffnungen? Ja, wenn ich aus der Eröffnung einigermaßen ungeschade rauskomme. Im Mittelspiel fühle ich mich da wohl. Aha. Da wäre doch 1960 eigentlich das Richtige für Sie, oder? Nein, das kommt mir entgegen. Das kommt mir sehr entgegen. Aha. Ja, haben Sie selber schon 1960 gespielt? Klar. Wir haben ja einen großen Protagonisten. Ja, ja. Ja, ja. Und es hilft bei meiner größten Schwäche, nämlich der Eröffnung. Da komme ich beim 1960 oft ein bisschen besser raus, wie in einer einstudierten Eröffnung. Das heißt, Eröffnung nicht gut, weil die Jahre fehlen, wo man die Theorie gepaubt hat. Eröffnung ist zum großen Teil kleist. Der ist mir nicht zu eigen. Ja, nein. Wenn die Jahre fehlen zwischen 16. und was weiß ich. Ja, das klassische Eröffnung heißt Pauken. Pauken. Und das ist das Exaktiv. Ja, alles zu seiner Zeit. Aber Sie haben bis zum 16., ungefähr 16. Lebensjahr Schach gespielt. Hat Ihnen das Schachspielen irgendwas fürs Leben mitgegeben? Jetzt ganz die klassische, große Bildungsfrage. Was bringt Schach fürs Leben? Bei mir ebenfalls mehr als Latein, Bio und Chemie. Weil von Latein, Bio und Chemie weiß ich nichts mehr. Eigentlich seit meinem 30. Jahr. Und Schach spielen kann ich immer noch. Also ich meine, wenn man Instrument lernt und Schach, kommt man schon gut durchs Leben. Wir haben gerade, es gibt händische Probleme im Hintergrund. Oh Jesus, da ist unser Reniger, ist die Brille gebrochen. Wollen Sie meine probieren? Ich habe eine im Auto. Okay, okay. Also, Sie haben, gut man weiß im Kontra, faktisch würde man sagen, man weiß ja nicht, was wäre, wenn Sie kein Chemie, kein Latein und sonst irgendwas gehabt hätten. Aber was genau aus dem Schach haben Sie denn? Was, die Geduld? Nein, dass man vielleicht zwei, drei Züge vorausdenkt. Dass man vielleicht zwei, drei verschiedene Alternativen überlebt. Wenn wir in eine Falle locken. Nicht Falle, dass man manchmal bedächtig ist und manchmal angreift. Nicht zum, umsonst heißt es Schach. Das ist ein Hauptbild des Lebens. Ja. Mach einmal Schach, einmal läuft man in eine Falle. Sind Sie eher defensiv oder eher offensiv? Offensiv. Also wenn gespielt wird dann... Zu offensiv. Auch das würde man lernen, nicht mit Gewalt siegen wollen. Lieber einmal ein bisschen bedächtig. Da hat es ja vor ein paar Nächten einen Weltmeister gegeben, der schlecht erwarten konnte. Ja, genau. Also lieber abgefahren. Also Ihnen hat das Schach jedenfalls etwas mitgegeben, mit dem Sie tatsächlich etwas anfangen? Ja, allen voran macht es mir Spaß. Hat mir Spaß gemacht und macht mir zunehmend immer mehr Spaß. Wie viel Zeit investieren Sie da in die Woche? Und wie viel würden Sie gern? Sag mal, ich spiele jetzt in der Woche zweimal eine Stunde. Ich würde gern... Privat oder im Verein? Einmal im Verein und einmal mein bester Freund ist auch mein Anwalt und wir haben uns angewohnt, nach jeder Arbeitssitzung zwei Partien Schach zu spielen. Von einer halben Stunde? So in etwa. Ja. Und ich würde gern zweimal in der Woche zwei oder drei Stunden spielen. Das macht er mit dem Anwalt nur, wenn Sie gleich stark sind, oder? Ja, wir sind ungefähr gleich stark. Und wie viel würden Sie gern noch spielen? Ja, ich sage zweimal in der Woche zwei, drei Stunden. Zweimal in der Woche zwei, drei Stunden? Ja. Das wäre dann ein richtiges Training. Oder ein Zeitvertrag. Ja, wunderbar. Gut. Wir haben etwas erfahren vom Hauptspiel. Jetzt schauen wir wieder die Partien. Jetzt schauen wir wieder. Weil die einen reden und die anderen spielen. Ja, in der Zwischenzeit ist wahrscheinlich ewig viel passiert. Genau. Ich bedanke mich. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sie schicken mir den Herrn Hort rein. Okay. Ja, Moin. So, und wir haben mittlerweile, ja genau, das ist Teske gegen Gassmann, wir haben an dieser Stelle dann abgebrochen, also Schwarz muss sich überlegen, ob er diesen Bauern gibt oder nicht, weil es möchte mit dem Zugläufer C6 den Verteidiger des Bauern A7 hier abtauschen und dann würde natürlich der Bauer A7 fallen. Und wie ich es vermutet hatte, vorhin lässt das Herr Gassmann nicht zu und spielt also D6. Es kam dann anschließend D3, ein normaler Entwicklungszug, möchte also Einfluss aufs Zentrum nehmen. Und jetzt hier, wie in manchen anderen dieser Stellung, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, dieser Zug G5, der kam tatsächlich in einigen der Partien vor. Weiß ist vorsichtig, versucht erstmal mit den Bauern Raum zu kontrollieren vor allen Dingen. F5, Schwarz ist mutig, gar keine Frage, und F schlägt G5 und Dame G5. Und das ist im Moment die Stellung, mir scheint ganz genau. Naja, da muss Weiß schon noch einiges tun. Schauen Sie, die ganzen Figuren stehen noch auf der Grundreihe. Ich wollte es gerade sagen, da ist er doch ein Jahr anfangen zu spielen. Alle noch zu Hause, die müssen raus. Und das wird Teske jetzt sicherlich nachholen in den nächsten Zügen. Was bietet sich an? Naja. Mir gefällt es, Schwarz. Ja, ich meine, er hat noch keinen großen... Ja, warte, darf ich Sie wieder hierher bringen? Ja, ich bin da bei... Wolfi, ich bin bei dir vielleicht. Das war diese Konstellation, wo wir so plaudern auch, ja. Ja, ist schon der Zug da, Springer... Springer zu 3, ja. 3 ist normal. Jetzt kommt die Entwicklung. Ja, aber immerhin, ja, also der Läufer spielt schon von Schwarz. Ich jedes Mal, wenn ich weiter mache. Nein, 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 vielleicht mal, ja, so, okay, ja. Nein, ich will das... Ja, also, was ist... Ich habe schon da vorne ziemlich schlechte Stellungen gesehen. Da zum Beispiel, leider am Brett spielt I.M. Beletsky Alexander. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie er das gespielt hat. Die Stellung ist schon, ich glaube, irgendwie, ja, ist das... Kann es gut sein für Weiß, ja. Schauen wir mal, wie es da ist. Ja, das war interessant, weil irgendwie... Die Partie ist sehr interessant, weil Schwarz kam irgendwie zum Angriff. Auch Punkt C2. E4, E5. Ja, meistens, ja, meistens, wie wir wissen. Ich habe vorhin auch... Ist Punkt F7 sehr verletzbar, aber in diesem Partie, okay, aber... Genau, und da liegt, hier liegt der Grund des Übers, er schwarz, weiß raucht hier den Bauern auf F7. Ja, ja, gut. Und er hat eigentlich ein paar Entwicklungsaufgaben zu lösen. Ja, das ist auch so. Und der Springer auf G3 blockiert, er verhindert die Entwicklung des Läufers, steht also auch noch nicht auf seinem gültigen Feld. Ja, und dann lieferieren da irgendwie, dann ist die Damen ziemlich... Genau. Und jetzt ein sehr affinierter Zug Springer B4, droht Springer A2. Ja, Matt, das ist sehr schön, als Beispiel weiß kann nicht Damen nehmen, aber besser wäre noch, wenn schwarze Damen nicht gedickt wären, dann Damen schlägt, dann Springer A2. Springer A2, na gut, ein internationaler Meister fällt darauf natürlich nicht ab, aber er greift... Und jetzt kam also Springer C3... Das ist, und jetzt meine ich, was da gekommen ist, das hat mir sehr gut gefallen, man springe D4, ist das doch schön, schwarz. Ja gut, er könnte aber auch hier, da ist diese Raffinesse, Rokade, plötzlich kommt so ein Rokade, aber immerhin gefällt mir Schwarz ganz gut. Seien Sie, er bekommt seinen Bauer zurück. Genau, genau. Jetzt kam, was kam jetzt? H3. 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 Jetzt springe auch D3, das ist auch ein guter Zug, ja. Weil es drohte jetzt natürlich, er läuft D4 Schacht, also der Schacht spielt den Kartin mit einem unglaublichen Schwung. Ja, der steht besser, er steht klar besser. Wieso hat er nicht vorher schon Springer... Nein, nein, so ist es halt jetzt, und jetzt kam gerade wieder... Hier, wenn der Druck läuft bei D4, ja, ist sehr unangenehm. H3 droht später. Ich glaube, er spielt noch sehr stark. Springer D3... Ja, jetzt droht es ihm, ja. D3. Und jetzt Springer A1. Naja, er will Bauer nehmen, ja, ist das vielleicht auch im Verkehr, aber... Er hatte damit noch Zeit, meine ich. Würden Sie so einen Bauer nehmen? Nein. Nein. Ich würde ihn nicht wauern nehmen. Er sollte jetzt, meines Erachtens, einfach Turmenpacht spielen. Der starke Zug, ja. Turmenpacht. Ja. Ich weiß, kann nicht die Türme abtauschen, weil eigentlich die Läufe vor allem. Und ich würde dann irgendwie dann auch vielleicht sogar Springer A1 kommen wollen, ja. Also, Turmenpacht wäre für mich ein Zug, weil sie gehen damit einfach... Sie verbessern noch die letzte DQ, die da ist. Also, nach Turmenpacht würde natürlich der Turm auch nach F2... Ja, auch, aber Läufe D4 schaden. Läufe D4 nebst Turm F2 zum Beispiel. Weil ich würde dann einfach wirklich... Ja, also, Turmenpacht gefühlt mir besser. Das ist eine Kritik. Ja, aber wozu so einen Trippel nehmen? Den auf A1 nehmen, ja, ja. Wozu? Der Springer kann vielleicht auch noch auf D4 zurück, ja. Also, da denke ich, dass nach Turmenpacht hat es schon Schwarz großen Punkt. Vor allen Dingen auch, weil er den Einbruch auf F2 kaum verhindern kann. Ja, nein. Nein, die Stellung ist... Ja, sehen Sie. Also, gut, aber das kann ich jetzt nehmen. Aber ich kann noch einmal warten. Hier. Schaut auch gut aus. Na gut, er muss ein blödes Feld auf D2 nehmen. D2? Ja, also, die Stellung ist wunderbar für D2, ja. Geht da nicht schon Springer an E1? Springer 1, vielleicht. Ja. Nun, das zweimal weg, dann haben Sie. Auch volle Kammer, sagen wir, Kompensation, ja. Zwei Läufe Schach. Schürtel. Ja, haben Sie das richtig gemacht? Ja. Na ja, jetzt ist das tragisch. Immer noch Schach. Man Turmefacht, aber auch. Oder Sie wollen ihn zuerst da. Ja, ja. Es ist zu Ende. Ja, sehr toll. Oder Turm. Ja, das ist was macht. Wir haben da gewinnen. Ja, Schatz, also jede Achtung, der Goldbeck Lars, kennen Sie ihn? Ja, sehr gut. Das ist ein großes Talent. Er ist... Kennen Sie die Formel 1? Natürlich, aber das ist kein Schach. Obwohl man da diese Flangen... Ich sage jetzt mal ganz kühn, was Max Verstappel in der Formel 1 ist, das ist Lars Goldbeck hier im Landkreis Schach. Ja, so. Aber wozu nahmen diesen Bauer? Also ein großes Talent, ein wirklich großes Talent, wird vielleicht tatsächlich auch mal internationaler Meister. Ich würde diesen Bauer nicht so grapfen. Aber hier hat er eine große Chance verpasst. Ja, so in der Turm einfach, das ist einfach ohne langes Nachzudenken. Sehen Sie wie diese zwei Läufe da, ich sage immer, da sind wie diese scharfe... ...Wirkinson, wissen Sie, von einer Seite, der zweite von... Ja, durchs Brett schneiden, ja. Ja, also, sehr schöne Stellung hat er. Ja, jetzt ging es so weiter, Turm A1 und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Na ja, er hat das genommen, da kam Turm C1 jetzt... Springer B2, er nimmt den Bauern. Turm F7... Ja, sehen Sie, da, ich weiß schon, Turm ist da, irgendwie wird er marschieren, ja. Ja, mit diesen Bauern dann da, ja. Jetzt ist das nicht einfach zu spielen. Diese Stellung stellt natürlich riesig noch. Ja, er muss auch... Jetzt kommt Turm A1. Auch schön, muss man sagen. Die Drohung ist fürchterlich, vielleicht droht er auch Springer F1 Schachmeistern, wissen Sie? Gut. Und dann Springer R3, also er droht ihm. Sehr wunderbar. Vieles, vieles, vieles. Also, im Blitzen würde ich jetzt Läufer G2 ziehen und den nächsten Zug einfach mal erwarten und dann nachschauen. Ja, gut, er kann dann vielleicht schon nennen, oder Turm F2 ist auch... Turm F2, natürlich, ja. Und dann... Ich meine Läufer G2, es wird wahrscheinlich Biele. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt Springer D1 oder so was, nach Turm F2... Hat er das? Die haben das schon? Schauen Sie sich das an... Nein, das ist eine Analyse, glaube ich. Nein, das ist eine Analyse, ja. Oder wie ist die Stellung? Jetzt nach Schach, er ging auf H2, Turm F8. Ja, genau, das ist die Stellung. Ja, wollen Sie noch diese Stellung? Ja, genau, hier haben wir noch die Stellung, das ist noch die Stellung. Okay, schauen wir weiter, oder? Ja, gehen wir zu anderen Partien, aber die sind auch irgendwie... Sehr interessant, aber ob hier vielleicht der erste Favorit... Vielleicht werden wir die erste Favoriten in der Lage, also es wäre gut für Turnier, Wolffi... Ja, ja, genau, genau. Ja. Alexander Mayer gegen Georg Schweiger... Ja, das... Unser erstes... D4, G5, E3... Jetzt kann man er mehr nicht, er muss jetzt mit E-Bauer nehmen, aber er nahm zuerst auf Z6, sonst würde er schon verlieren, ein Bauer. Aber so einen Läufer abzubauen und abgeben müssen... Ja, ja. Ach so, ja. Macht man nicht gern, ja. Nein. Überhaupt nicht. So einen langen Läufer. Springer E6... Was hat er gemacht? Springer E6... Hat er, ja. Er will auf Z3 reinnehmen, ja, mit Läufern. Wenn er D5 kommt, dann kommen Läufer zu 3. Also diese Gabel funktioniert nicht. Ja, funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ja. Was muss dann der Weiss machen? Der Weiss-Roschier, der kann den Bauer decken. Der Weiss-Roschier, das ist ein guter Zug, ja. Und kann ich jetzt nicht Springer Schläge F4 spielen? Und so kam es auch, ja. Da kam es ja. Und jetzt hat er natürlich auch teilweise, obwohl er konnte D5 da machen, aber er will das später machen. E3, Springer G6... Ja, sehr gut gespielt. Immerhin von Schwarz. Ja, Erf-Renz. Ja, Läufer auf A1 spielt überhaupt nicht. Sagen wir es jetzt gar nicht. Er hat jetzt angegriffen auf A6. Ja, ich muss wahrscheinlich Läufer bei 7 machen. Jawohl. Und H4, naja gut, der Springer hat keine großen Perspektiven Richtung Zentrum. Er möchte ihn verjagen und auf die Kamera zurück. Gleich einfach A6 jetzt. Und der war ja A7 dann ganz nett. Ja. Und das war auch sein... Ja. Sein Gedanke. Sein Gedanke. Sein Gedanke. Sein Gedanke. Sein Gedanke. P3. Endlich. Ist der Rufe weg. Aber Weiß hat einen Bauer weniger. Also das ist alles, was er mit dieser ganzen Geschichte erreicht hat. Ja. Schwarz hat einfach... Ja, was mache ich jetzt? Also vielleicht sogar F5 einfach. Oder lange Ruhade, warum nicht? Ja, jetzt kam ein interessanter, ein diskussionsbedürftiger Zug. D5. Das muss man erklären. Also da würde ich mir immer schwer tun, den Läufer hier einzusperren. Ich auch. Ja, ich würde diesen Zug nicht gerne machen. Schwarz denkt natürlich, okay, auch der Läufer A1 hat jetzt keine aktiven Ideen mehr. Der Läufer ist sehr stark, ja. Aber der Läufer auch B7 hat keinen Gegenspieler mehr. Ja, gut, aber man konnte F5, dann F4 machen, dann Springschläge H4, auch die Gerlinie, ja. Also das war zum Beispiel Plan. Ich nehme jetzt alle diese Felder irgendwie. Oder lange Ruhade zuerst. Ich warte noch, was er macht, ja. Und dann würde ich vielleicht F5 machen, weil der kontrolliert auch. Also es ist wunderbare Stellung, weil er vermisst einfach den Bauern, ja, sagen wir so. Der F5, bitte, das ist schon Struktur, ja. Und auch die weißen Springer haben keine großen Drohungen. Die schwarzen Bauern, wo alle Felder im Auge... Ja, vollkommen recht. Aber viele waren noch Ruhade mit Schwarz einfach... Noch besser. Vorher, ja. Ja, aber damit er dann keine Durchbruchmöglichkeiten hat mit der F5 oder so. Machen Sie diese Ruhade. Habe ich jetzt, ja, ja, ja. Und ich habe noch ein paar jetzt, ja. Wozu soll ich vereilen? Der F5 geht kaum, das nehmen Sie einfach weg. Also, es ist sicher nichts Besonderes, ja. Einfach weg, dann wohl der A1 ist noch gehandelt. Ist noch gefesselt, ja. Ja. Er muss das wahrscheinlich schon so spielen, aber... Ja, vielleicht jetzt, vielleicht geht jetzt der F5. Der F5 ist schon sehr interessant mit dem A1. Aber Sie können auch A1 nehmen. Auch, er muss mit Dame nehmen. Ja gut, jetzt haben wir... Ja, nein, er muss mit Tum nehmen. Ja, dann nehme ich auch... Er muss mit Dame nehmen, Entschuldigung. Er muss mit Dame nehmen. Ja, nein, ich weiß nicht. Er kann auch wohl laufen. Aber auch wenn Sie das mit Tum nehmen, ja. Ja, ich habe doch da schöne Spiele. Ja. Ich weiß nicht, jetzt über die A1... Naja, er könnte... Ich sehe, dass Sie meinen, Tummi 1... Hat er Angst, oder? Für mich kann es auch passen. Ja, das ist der Witz, ja. Und H5. Das ist Remi, oder? Naja, er kann auf A6 nehmen und springen, Schleim, B6 ist Remi. Auch, ja. Das ist Remi. Das wäre für uns nicht gut. Ja, ein paar taktische Dinge. Dinge. Also... Wer vielleicht... Ja, die A5... Der F5, ja. Der F5, ja. Der F5, ja. Der F5, ja. Oder man... Deswegen... Man lässt es so noch stehen. Man lässt es so noch stehen. Ja, aber dann habe ich Angst, der F5, der F6 vielleicht kann kommen. Wenn, dann würde ich jetzt Läufer R5 spielen, aber dann... Da haben wir F8, ist guter Zug, ja. Aber er wäre sowieso der F6, ich weiß nicht. Dann habe ich P4, ja. Dann habe ich P4, ja. Dann habe ich P4, ja. Also... Ja. Ja. Besser so wahrscheinlich, ja. Na ja, also man sieht, es ist... Ja, äh... Ja, äh... Ja, äh... Ja... Gute Nase... Vielleicht hat er es sogar gesehen. Ja. Vielleicht hat er die F5 sogar... Ja, hat er da befürchtet. Befürchtet. Ja, und... Und man respektiert, ja. Und sagt sich, okay, nein... Ja, vielleicht kommt Schwarz im Gymnasium noch zum Äffing. Das will ich nicht sehen. Natürlich nach langer Rokade. Ja, ja. Aber er kann vielleicht tatsächlich dieses Zentrum jetzt festmachen. Das heißt, nächster Zug muss Rokade sein. Es kam erst mal Läufer B7. Läufer B2. Ah, jetzt Rokade. Ja, Springer I7. Warum so schnell? Greift G3, oder? Allerdings ist F7 auch im Gepäck. Ja, Schwarz ist sehr gut. Immerhin. Schauen wir. Er möchte wahrscheinlich auch den Springer nach C6 spielen. Ja, aber da müssen die zwei Figuren... Um ein bisschen Richtung Königsflügel zu... Wissen Sie, ich würde da wahrscheinlich, anstatt diesen zu springen, F7, F5 spielen. Weil Weiß hat keine guten Felder nach F5 für die Springer. Ja. Irgendwie wissen Sie, wenn ich komme und ich springe auf E4, dann ist das sehr, sehr kritisch, oder? Ja, ich war hier dann... Ja, aber F7, lange Rokade, wozu soll ich mit springen? Ja, ist das so wichtig jetzt, dass er... Ja, anstatt F7 einfach lange Rokade? Ja, ich glaube, ohne lange Rokade kommt Schwach sowieso nicht. Sowieso nicht aus, ja. Oder will er kurze Rokade machen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kann ich nicht glauben, aber... Ja, sehr sicher. Vielleicht meint er, er hat schon Ruschel. Das sieht schon aus. Ja, ja, ja. Also jetzt kommt der Springer E2. E2. Und Springer C6. Tatsächlich Springer C6. Na gut, ja. Und Dame F2 und... Jetzt endet die Mensch... Lädt ihn nochmal ein. Lädt ihn nochmal ein zu F5. Hat er das gespielt? Nein. Nein, aber... Nein, das würde ich jetzt nicht machen, weil Springer auf F4 hat... Ja. Was... Was sollen sie jetzt machen? Ja. Wissen Sie, Springer E7 C6 war kein gelungener Maneiler. Ja. Aber lange Rokade müssen sie jetzt machen. Da bin ich wirklich jetzt überfordert, warum er das nicht tut. Ja. Er überlegt, ja. Überlegt. Ja, überlegt. Ja, überlegt. Ja, dann vielleicht. Neue Partie. Neues Spiel. Aber weiter. Ja. Schlichtmann gegen Lewin. Das ist die Spitzenbarung. Ja, der Springer hat sich auf ihn gestürzt. Am ersten Brett. Ja. Nicht schlecht, über was ich das gedacht habe. Ja. Na ja, der ist schon mit Dame auf Diagonale. Das ist auch klar, ja. Und F4 verhindern. F4 ist... Ja, jawoll. Es ist gegen F4, ja. Ja, 4 verhindern. Ah, gut. Es kamen so Vorspringer. Z4. Und jetzt 6. Ja. Ist das jetzt Verhinderung? Oh, danke. Da möchte ich mit dem F-Bauer nehmen. Mit dem F-Bauer nehmen. Ja, das ist die Idee. Das soll dann... Spinner E5, F-G5, ja. Na ja, wer macht bei ihr ein besseres Geschenk. Was tun mit diesem Sprenger? Abtauschen gegen den Läufer oder Vertrauen? Der bleibt gar nicht ewig. Der bleibt nicht ewig. Ist immer, ist das Feld ewig oder nicht ewig, ja. Das kann zum Beispiel sehr gut unterscheiden. Der amtierende Weltmeister Karlsson bei ihm manchmal. Das ist ein Spielchen mit den Feldern, ja. Mit... Ja, er weiß genau, das ist mein Feld. Und so. Hier ist das sehr interessant. Er muss jetzt aufpassen. Zum Beispiel, Turm E5 ist nicht möglich. Weil dann kommt sofort Läufer schlägt E5 und Schachkaffees oder so. Kennen Sie das zeigen? Turm E5? Ja, das ist ein schwerer Fehler wegen Läufer E5. Mit der Idee. Ja, die Idee ist ganz grausam. Und wir haben eine Gabel und damit Verlust. Ja, auch in Rostpost. Also es ist... Also gut, er wird das sicher nicht machen. Er wäre aber ein wertvoller Bauer verloren. Ja, glaub ich, der Bauer verlust. Und zuerst ist Turm angegriffen. Eben, der Turm ist auch noch angegriffen, ja. Bei man prinzipiell... Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir können das erklären. In dieser Position könnte man hochieren. Naja, wo ja natürlich... Wäre erlaubt. Wäre erlaubt. Ja, also das kann man hochieren. Wäre erlaubt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber... Naja, aber Bauer ist trotzdem weg, nicht. Der Läufer kann nicht ziehen. Bauer ist trotzdem weg, ja, ja. Und dann ist das doch sehr angenehm, ja. Aber das können wir auch mal zeigen. Aber er wird das nicht zeigen. Ich erwarte von Levin, der spielt eben so eine russische Schule. Ich erwarte mehr irgendwie... Da haben wir F7. Ich habe das nicht gesehen, aber... Er hat jetzt mal die C-Rochade. Ja, das ist sie noch. Ja. Und... Oh ja, jetzt... Er will es wissen. Der Sichtmann ist ein scharfer Mann. Er will es wissen, ja. Ja. B4. Ja, hier steht ein Turm auf B1. Ja, ja. Der steht nicht auf D1. Ja, ja. Also... Weiß sagt sich, der König steht schon sicher. Hinter dem Bauern C2 und D2. Ja, ja. Das reicht. Ich greife an mit der B1. Mir hat das nicht gefallen, dass jeder gespielt hat. Meines Erachtens sollte er unbedingt sowas mit Bauer nehmen. Jetzt Levin hat das mit... Mit Sprenger genommen. Mit Sprenger genommen. Und da wahrscheinlich kommt... Hat er schon Drogenpäler gemacht jetzt? Na ja, gut, nach Dame A... Ja, Dame A6 ist dann... Sehr groß. Er hat hier getauscht. Und... Ja. Oh, oh, oh. Na ja, gut, ja. Und jetzt Dame A6... Ja, der geht jetzt natürlich auch C8. Das ist auch... Oder? Wer... Wer ist... Ja, er ist noch B8. Dann... Ja, das wird jetzt ganz interessant. Jetzt Neimen auf Eifel. Und Leutern. Schau. Jetzt ist immer erst Schwarz. Jetzt muss erst die Dame weg. Ach so. Schwanz war dann zugegeben. Ja, Tum B4. Tum schlägt B4. Sprenger C5. Darf ich dann wieder... Ja. Ja. Weil Herr Zinkler muss ja die anderen Partien auch verfolgen. Ja, genau. Ja. Also eine interessante Partie. Wir werden sicher einen Blick auf... Wo eine andere Partie? Wo für welche? Welche? Nein, wir reden. Wir reden. Wir reden über... Wir reden. Wir reden. Wir reden über alles. Ja, das ist auch sehr... Dann tun wir weg. Ja. Und du ist meiner. Und das ist dein Historie. Nein, das ist deiner. Ach, dann sind wir richtig. Ja. Du hast gerade dieses Wort russische Schule. Was ist das? Ja, das existierte sowas. Ja, ja. Die russische Schule, die gehen manchmal sogar bis zu Tschigorin. Ich weiß nicht, ob du Tschigorin kennst. Nein. Das war ein Mann, der spielte mit Steinitz um die Weltmeisterschaft. Ja. Ja. Im 1890. Genau, genau. Ja. Dieser Mann, man sagt, das ist Urgroßvater. Ja, er ist mir sympathisch, er hatte Diabetes gehabt, damals leider unheilbar. In dieser Zeit. In dieser Zeit. Weil Köln-Gemich, Al-Jerchen war erst der russische oder spät sowjetische Weltmeister. Ja gut, aber er war schon weg. Er war schon weg. Eben, er war schon weg. Also eigentlich ist die Sowjetunion als Schach-Grossmacht erst nach dem Zweiten Weltkrieg ausgekommen, oder? Ja, nein. Die Frage ist Stalin damals. Er hat Schach absichtlich unterstützt. Ja, ja. Zum Beispiel stellt ihr vor, Russland Hunger. Ja. Und in Moskau ist im Jahre 36 ein riesiges Schachtum. Ja. Der ladet ein, alle Capablanca Lasten ist da. Also, und die sind noch gut bezahlt. Also wahrscheinlich mit irgendwie goldenen Münzen oder wie auch das war, aber es gibt auch sogar davon einen Film. Es existiert einen uralten Film, wo du kannst diesen Capablanca, Capablanca hat das sehr einfach gehört. Er war aus wohlhabender Familie. Ja. Aus Kubaner. Kubaner. Ja. Er bekam später sogar diplomatische Passport. Und der sollte in New York Ingeniere nach Wunschen von seiner wohlhabenden Familie. Und der war schon, man hat gesagt, genial, als kleiner Junge hat er eine Partie Schachs, der seinen Vater gegen Onkel gespielt hat. Und plötzlich sagte er, Vater, du machst Fehler. Warum hast du nicht das gezogen? Ja. Und die waren erstaunen. Er war 4,5 Jahre alt und er hatte recht gehabt. Aber weißt du, wollte ich dann wieder irgendwie in die Kategorie Wunderkind. Wunderkind. Wichtig. Das gab es auch in Schach. Natürlich. Wunderkind gibt es diese, ja, was ist Wunderkind. Aber kommen wir zur russischen Kulik. Also Stalin hat das Schach gefördert und dann gab es, wer war der erste sowjetische Weltmeister? Ja, das war so. Warum? Das war so. Ich wollte nicht, weil Stalin, also Stalin, Aljekin bekam nie Visum zu rücken. Ja, ja, der wurde immer angeschmettet. Er hat das sogar gefragt. Und in Prag hat er das gefragt, ich darf das noch vieler erzählen. Er wurde Visum. Da war ein sowjetischer Botschafter, das war Aufhandschaftspieler. Er hieß Eliem Genevsky. Und das war noch von dieser ersten Garde, das war nicht sein echter Name, er war von Geneve, Genf, und er bekam diesen Namen und er versuchte das für Aljechin, aber wahrscheinlich bekam sehr Ärger und ich weiß nicht, wie er beendet hat. Also Aljechin wurde erst akzeptiert, da steht an seinem Grab in Montmartre in Paris, da steht da ein gemeinsamer Genie von Frankreich und von Russland. Also er hat 36 in diesem Turnier nicht mitgespielt? Nein, nein, er wurde nicht reingeladen. Er war damals noch an der schlagenden schwarzen Liste. Aber russische Schule hat doch dann auch bedeutet, hat auch Laie, hat bedeutet, dass auch Leute gut, sehr sehr gut werden konnten in Schach, die nicht reiche Eltern hatten. So war es. War das die ersten oder gab es das vorher woanders auch schon? So richtig gezielt? Nein, der hat das wirklich unterstützt, also Stalin. Der gab Möglichkeiten, weil weißt du, im Schach du brauchst wohl Figuren, ein Satz von Figuren. Ja, ja, klar. Du kannst damit spielen, wenn der Bauer wird nicht Bauer, dann gibst du da irgendetwas wie Bauer. Ja, ja. Weißt du, dieses russische Angebot, was war da? Ja. An Freizeitgestaltung war immer unglaublich arm. Das ging hinweg über 50 Jahre. Ja, ja, klar. Die Stalin existiert nicht mehr. Russland vor allem, ne? Ja, ja. Aber es gab schon die russische Elite, die hat schon immer Schach gespielt. Aber dann über die russische Schule, das heißt man hat Eingrechnungen gemacht bei den Jungen, bei den Kindern? Ja, ja, schon etwas auch, also zuerst war der Chigorin, das ist so ein Name. Ja. Und dann plötzlich ist das untersteht es. Es gibt auch noch, ich will noch vorher, vor dem Stalin, es gab die Schachdumiere in Petersburg. Ja. Schon im Jahre 9, im Jahre 14. Ja. Und das weißt du vielleicht nicht. Erster Großmeistertitel. Wer hat ihn geliehen? Wer hat ihn verliehen? Zar. Richtig. Na ja, wenn du sagst, so ein Petersburg, bitte. Ja, nein, nein, ein Zar und der verliert nur fünf irgendwie von diesen Großmeistertiteln, ja. Zuerst am Anfang. Also die Turniere waren da und die wurden finanziert auch vom Zar. Er gab auch immer seine Kaufleute. Und das muss ich dir sagen, irgendwie auch deutsche Kaufleute beginnen mit Schachdumiere in Petersburg. Also das war schon dann da praktisch. Schach kommt nicht aus Moskau, aber Schach kommt mehr von Petersburg. War russische Schule, hatte das auch einen Inhalt? War das eine bestimmte Strategie, eine bestimmte Art Schach zu spielen? Oder war das nur, einfach man finanziert? Nein, 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 nein. Sondern es war schon richtig? Nein, 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 nein. Die haben schon analysiert. Und es war so schon wirklich, sagen wir, so Anfang von wissenschaftlicher Analyse. Schach wurde da unterstützt vom Jahre, stell dir vor, die Ärzte haben sogar schon den Puls gemessen und so im Jahre 25. Aha. Wir haben die dann schon... Uns festzustellen, wie aufgeregt. Wie aufgeregt. Wie aufgeregt, du bist beim Schach und so. Also Schach hat da immer gute Stellung gehabt in Russland. Das muss man zugeben. Was haben die denn da gelernt in der sowjetischen Schachschule? Also... Haben die Eröffnung gebüffelt oder haben die Angriff oder... Nein, 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 nein. Analyse. Analyse. Da war nicht Zufall. Diese Analyse musste dann immer praktisch sitzen. Aha. Weißt du, die anderen Leute, die haben gedacht, naja, vielleicht doch und so. Und die Russen kamen seltsamerweise im Schach, ich würde sagen, durch Analyse zuerst zum Botter. Und dann war es die Botwinnik. Botwinnik ist der... Kann man das präzisieren? Was ist genau gemein mit Analyse? Also andere haben ja auch analysiert. Ja, aber nicht so, nicht so wie die Russen. Erstens, vielleicht ist das auch durch Wind. Es gibt viele Teorien. Winter kommt, Winter kommt. Ja, ja, lang, lang, ja. Lang. Die hatten natürlich... Warum das war da? Die Russen hatten kein Wieser Freizeitsangebot. Das ist easy. Wenn du kannst nur ins Kino gehen, wo man immer nur über Arbeit redet. Ja, ja, ja. Dann willst du nicht ins Kino. Wenn du kannst nicht in ein Disco überhaupt gehen oder so. Ja, ja, gibt's nicht, ja, ja. Weißt du, wenn du kannst nicht ein anständiges Bier trinken. Entschuldige, ich glaube, das kommt alles zusammen, dass der Schacht dann plötzlich da immer... Ich will noch auf das raus... Was genau Inhalt von dieser Analyse war? Hat man da zu viert über eine Partie gebrüht? Ja, ja, ja. Über Eröffnungen. Dann hat man das auch aufgeschrieben... Ah ja, sogar die Analysen von 1906 stellen dir vor, die sind noch bis heute nicht hinterlegt. Bei verschiedenen Eröffnungen. Es gibt auch ein russisches Spiel im Schacht. Das ist was? Ja, russisches Spiel. Ja, das ist Symmetrie. Ja. Aber ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Es gibt keine deutsche Eröffnung. Es gibt nur Berliner Mauer. Ja. Das ist aber Rechnung im Schacht. Sehr populär. Spielte Karjakin alle... Heute spielt man Berliner Mauer. Aha. Und das haben die Russen auch schon damals war es bekannte Variante. Aha. Also, weißt du, die haben das... Gut, ja, ich weiß nicht, ob ich richtig jetzt hier bin oder... Hast du Fragen? Ja. Ja, 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 klar. Russische Schule, sowjetische Schule hat geheißen, man fördert Kinder, man fördert dann Jugendliche. Ja, es waren Pionierhäuser da. Ja, genau. Pionierhäuser. Wenn man da ein Schachspieler war und nicht reich, wie hat man sich dann finanziert? Man freut ja quasi Staatsbegriffe. Wurde man dann vom Staat bezahlt? Vom Staat. Oder wurde man von einem Unternehmen angestellt, das hat dann für Stahl so und so gespielt haben? Nein, nein, nein. Es war so bei diesen begabten Kindern. Es gab da in Nomenklatura schon, was weiß ich, für zwei oder so Beileiter. Wir wissen noch, was Nomenklatura ist. Ja. Nein, 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 das will ich gar nicht. Nein, aber dieses System hat da, sagen wir, für 200.000 Leute in einer Stadt. Ist ihm zugestanden ein Pionierhaus. Ja. Und dorthin wurden Schach gelernt von den bezahlten Traineuren. Ja. Dreimal in der Woche, sagen wir. Ja. Und begabte Kinder. Ja. Nicht alle. Aber das wurde irgendwie dann ausgesucht, bist du begabt, dann komm ins unser Pionierhaus. Das war auch nicht Privilegien natürlich für jeden. Da kam schon, ich würde schon sagen, etwas Begabung. Ja, ja. Ja. Die aller Länder konnten das den Russen beweisen. War denn Botvinnik war erster sowjetischer Weltmeister, aber er war verantwortlich für die sowjetische Schule, zum Beispiel, aber er kam nicht aus der sowjetischen Schule. Oder war der schon der Resultat? War er schon Ergebnis? Ja. Russischer Schule? Ja. Oder ist er eher der gewesen, der dann nach dem Krieg dafür geforgt hat? Naja, Bruder ist praktisch der Jüngste dann in dieser Generation. Weißt du, die alle anderen kommen nach, zum Beispiel. Smyslov kommt. Ja. Botvinnik ist, wenn ich das richtig weiß, 1908 geboren. Ja. Und die alle anderen sind dann etwas jünger. Das heißt, Smyslov war im Jahrgang 21. Aha. Dann, wenn soll ich noch da sagen, ja gut, auch Petrosian war irgende. Alle diese, die dann da kommen. Es gab in Russland erste praktisch sowjetische schon, wo die Roten sind dran. Erste Meisterschaft im Jahre 25. Stellen wir das vor. Erste sowjetische. Und weißt du, wer ihn gewonnen hat? Auch interessante Frage. Ja, aber du kannst das, du weißt schon so viel über Schaden. Nein, 25. Er ist irgendwie begeistert. 25. Er muss ja eine Russe gewesen sein. Er muss ja keine Russe gewesen sein. Es kann ja auch ein Lette oder ein Ukrainer gewesen sein. Oder ein... Bogoliubov. Bogoliubov. Und weißt du, das hast du noch nie gehört. Er ist hier geblieben nach dem Krieg. Er liegt an einem Friedhof in Triberg. In Triberg. Ja, Triberg hat er. Die schützen also die Pflege Nordland Friedhof. Aha. Er hatte leider zwei Tochter gehabt. Aber er war lange hier ein Schafspieler. Wobei keiner weiß, er ging dann zurück nach Russland in 25. Er gewinnt das Turnier. Ja. Aber er kommt dann sofort nach Deutschland. Aha. Also diese ganze Geschichte, was da war, ob er schon gesehen hat, was Stalin gemacht hat. Ja. Weißt du, das bleibt schon, aber er war dann sehr an die Russisch auch, muss ich sagen. Ja. Aliechin, ja. Aliechin ist mehr so... Ja, die Russen haben sich zu Aliechin gemeldet. Aber sehr spät. Ja, ja. Sehr spät. Der hat dann hier im Westen zum Blick, auch seine Geschichte ist unglaublich interessant, aber er hat einen Sohn, der war Chemieingenieur in Basel, Alexander Aliechin. Er wollte mit dem Vater zuerst nichts zu tun haben. Ja. Und er wurde in Schweden als Kleinkind genommen. Mhm. Familie Collins hat ihn gebracht und Aliechin konnte Schach spielen. Mhm. Und die Mutter war eine Schweizerin und die ging wieder Bauern, dritte Internationale nach Moskau. Das ist verrückt, aber weißt du, ich glaube Aliechin hat sehr großes Blick, weil er vermisste irgendwie letztes Schiff von Odessa. Mhm. Und er musste in Russland bleiben und da kam dieser Gespenst, weißt du, diese ganze über ihn. Ja. Und er hat diese Schweizerin kennengelernt und vielleicht sogar, wie die Männer sind. Wir sind auch nicht immer Engel, um Gottes Willen. Ja. Und er hat sie geschwengen. Mhm. Und plötzlich, die war auch älter als er. Ja. Und diese begeisterte, dritte Internationale. Die hat nie Gula gesehen oder so. Ja, ja, ja. Die haben auch ihre Ideen. Aber die war so begeistert, trotzdem hat sie gesehen, dass die russische, ja mal, diese russischen Krankhäuser nicht so perfekt sind. Dann sagte, nein, mein Kind wird zuerst in Schweiz entbunden. Also ich komme mit meinem. Und dann sagte ich, ja, ich als treuer Mann, ich werde dich, ja, ich will das sehen und ich will dir beistehen und so. Und die Russen gaben ihm schon knirschend Visa. Mhm. Und das ist dann passiert. Alexander wurde geboren, er starb und vor ein paar Jahren, er war immer in Dortmund bei deutschen Schachtagen in Dortmund. Ja, ja. Ich habe ihn da kennengelernt. Ich glaube, er bin gesprungen. Also gut, dann, diese Dame sagte, komm jetzt wieder nach Sowjetunion, nach Russland. Und der Alekin sagte, du gehst nach Russland. Ich bleibe hier. Sie ließ ihn da mit diesem Sohn und ging nach irgendwie Russland. Und wie ich später mitbekommen habe, hat sie auch die Hygiene irgendwie dann da verstorben. Irgendwie ein Mann, wo plötzlich war sie weg. Aber Alekin hat einen Sohn und die Schachspieler, die ließen ihn nicht im Stich. Dieser Sohn wurde dann in Schweiz erzogen, in einem Internat. Und der Leiter von diesem Internat, heißt Foelmi. Und das war ein sehr guter Schachspieler. Der hat auch Methodik. Im Schach findest du, das ist, ich sammle alle Schachpielen und so. Und der Mann hat über Methodik geschrieben und der hat immer auf Sohn irgendwie aufgepasst. Nur dieser Alexander, er wollte nicht spielen. Er war ein Chemieingenieur. Er spielte Handball sehr stark. Er blieb in Basel. Und er war dann Schiedsrichter im Handball. Also, aber zurück zu dieser sowjetischen Schule oder russischen? Ein Schüler der russischen Schule war ja wohl Boris Baskin. Ja, aber das ist schon... Ja, weil ich will auch was anderes was. Weil der Gegner, gegen den er gespielt hat, ist eine Mutter, war ja in Russland. War ja eine Sowjetin. Und Fischers Mutter... Fischers Mutter war in den USA, aber gut... Ja, aber vorher, die war vorher eine Sowjetin geworden. Die hat doch ihren... Moment, Fischers Mama, ja. Fischers Mama, habe ich zumindest schon nachgelesen. Als Ärztin. Ja, ja, ja. Als Ärztin, ja. Die war aber auch... Die ist dann zurückgegangen. Die ist dann zurückgegangen. Ich habe gesehen, ihr Bilder noch irgendwie in Londoner Zeitung, wo sie war, total schleroptisch. Ja, ja. Mit. Weil Fischers Mutter war, laut Literatur, war in Moskau. Ja, ja. Einige Zeit. War in Sowjetunalen. Dann gibt es ja das Wort... Ja gut, der Widerfischer, den werden wir noch nach Übrigen sprechen. Ja, aber... Aber Sklasky war schon ein Resultat... Ja, das war ein typisches Resultat schon. Der bekam schon. Sehr guter Trainer. Praktisch auf Leib zugeschnitten. Weißt du, die haben da wirklich... Das ist staatlicher, ich sage das, staatlicher Schachismus. Ja. Ob es gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber du bist da wieder gefragt. Ich bin wieder gefragt. Ja. Du hast jetzt Pause und ich gehe wieder zurück. Ja, ja. Ich möchte da etwas wieder zusammen komponieren. Ja, genau, 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 genau. Ich begrüße meinen nächsten Gast. Ich bin Wolfi Habermeyer. Wie spricht man den Vornamen aus? Mein Vornamen spricht Viesturs. 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 Viesturs, Meyers. So. Erstes Spiel gewonnen? Erstes Spiel gewonnen. Zweites Spiel? Ich habe auch Glück gehabt. Du schaust noch so gut, bist du gestresst? Ja, die ersten zwei Runden ist immer schwierig, das ist nicht bekannt. Anfangs Turnier ist der schwierigste Teil. Dann wird es besser. Was war schwierig, das erste Spiel oder das zweite Spiel? Eigentlich war das zweite Spiel, die Anfangsstellung war ziemlich kompliziert und mit großem Vorteil für die weiße Seite. Da gibt es verschiedene Stellungen natürlich. Wir schauen uns das gleich mal an. Und, und, und. Mein Gegner hat das ausgenutzt und hatte eine bessere Stellung. Aha. Aber eigentlich später, er hat viel zu schnell auf Gewinn gespielt. Moment. Ja, okay. Du, dieser schwarze Läufer? Ja, ich muss sowieso abtauschen, sonst bleibt ganz hinten drin und dann gibt es keine Hoffnung für gute Pläne mehr. Aha. Okay. Was war dein Plan? Was war dein Plan? Hier? Ja. Ja. Ich wollte irgendwie E5 oder D5 ziehen, aber ich habe es doch nicht geschafft, weil alles war so gut gedeckt. Ja? Ja. Ja. Ja, okay. Jetzt, ich finde E5 war ein bisschen Fehler, weil ich habe einen Tempel gewonnen. Ja. Er sollte zurückgehen und kein guter. Das heißt, es war jetzt ein Zug für umsonst. Ja, ich habe auch. Aber der Stellung trotzdem war ziemlich gut, wir weiß. Anfangsaufbau war wichtig. Egal, später, welche Reihefolge, welche Folge, die Züge, ja, RKD-Turm in richtiger Platz jetzt, Matagribe. Aha. 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 Das Problem liegt, ich schaffe nicht in guter Reihefolge E5 oder D5. Das wäre das Problem gewesen. Ja, und ich komme nicht richtig zum Zentrum und zu einer guten Ausgangsstellung für einen guten Angriff. Ja. Was hast du befürchtet, was Weiß vor hat? Ja, klar, es kommt aus dem Matagribe. Jetzt kommt Dame F1 und Dame A6 und dann kommt noch König B2 und alles läuft gegen König. Für mich ist es ein bisschen unangenehm zu spielen. Ja, ja. Aber, ja, deswegen habe ich Dame nach vorne gezogen, ihm nicht das Feld, ja, nicht Dame B5 sofort zurücklassen. Mhm. Aber trotzdem, Weiß steht, ich finde es besser. Ja. Ja, okay, ich habe das natürlich richtig ausgenutzt, jetzt angeboten, Dame zu tauschen. Ja. Gibt es kein direktes Matagribe, ich habe keinen guten Feld für meine Damen, deswegen musste tauschen. Und dafür, okay, jetzt, jetzt, ich kriege endlich einen Bauer nach vorne, D5 oder D5 in Perspektive. Ja? Ja? Beigen? Ja, mal sehen, ja. Das fängt an, was macht er? Okay, er greift sofort an und spielt auf A7, ja. Mein Bauer sieht richtig schwach aus, aber in Wirklichkeit, ich kann über C8 noch das decken. und da ist kein direktes Matagribe. Und das Spiel geht weiter. Ja, okay, wir müssen raus endlich, eine Spur ins Spiel bringen. Möchte auch hier vielleicht. Ja, mit großem Blick, aber das ist nicht so einfach, er lasst das nicht zu. Ja? Ja. Du bedeckst es. Ja, das ist wichtig. Ja, okay, jetzt, er hat keinen richtigen Abzug mehr, 6 Springer steht ideal, aber er macht nichts und nach Springer G8 ist weg einfach, er muss rauschen, dann ist schon, ich stehe schon ausgleich. Er hat das auch, ich glaube, nicht richtig gerechnet und nach Springer G8, ich habe schon Ausgleich, weil er hat keinen Abzug mit Springer und nach dem Abtausch, ich stehe schon. Was war sein Fehler? Was war sein Fehler? Was war falsch? Was war falsch? Wieso hast du plötzlich wieder die Chance? Ich glaube, er hatte Fehler bei Damenabtausch, weil ich hatte ein bisschen weniger Platz für meine Figuren. Nach dem Abtausch schon, ich hatte schon gute Spiele auf Ausgleich und dann Perspektiven, Endspiel. Okay, und Endspiel, wie jemand hat es schon gesagt, Kurt oder Herr Hort, Capablanca hat perfekt gespielt und so weiter. Ah, Eröffnungszeremonie. Ja, und ich bin auch Spieler, Endspieler und Mittelspielspieler, ich bin kein Eröffnungsspieler. Du bist aber auch eigentlich ein Vertreter der wussischen Schule, die wir besprochen haben. Ja, ich war Trainer einige Zeit, ich habe bei Michael Thal trainiert, ich war in der Nationalmannschaft. Ja, ja. Ein paar Monate war er bei ihm gewesen und war auch Bagiro, ein berühmter Trainer dabei. Nationalmannschaft Glettlands. Ja, lange Jahre in der Nationalmannschaft. War Alexander Thaler, oder? Ja, Michael Thaler. Michael Thaler. War er ja schon alt damals? Nein, er war ganz frisch noch. War ganz frisch. Und dann er damals nach Deutschland umgezogen und ja, dann wurde er älter und älter und dann irgendwann in Russland, er war nicht so gut bei ihm, mit Gesundheit und so weiter. Okay. Aber wie geht es jetzt weiter? Also, jetzt bist du im Vorteil? Ja, ich finde noch Springer-Abtausch, ich habe schon Linie, das verhindert ein bisschen. Aber trotzdem, ich habe die Perspektive bei meinem K-Bauer, finde ich es besser als Seins. Auf A2, meine Kappen ist es besser schon. Und ja, nach E5, ich stehe schon ziemlich aktiv. Jetzt will einfach Turm und G4 spielen, etwas tauschen und den zweiten Turm auch für G8 spielen. Und dann schon eine Linie ist für mich und Perspektive noch K-Bauer, Freibauer. Ja, okay, jetzt bin ich nach E5. Es sah gut aus, aber nicht ausreichend. Hast du dich? Ja, ich habe verstanden. Mein Gegner hier dachte, er setzt Mats einfach. Aha. In dieser Stelle. Er dachte, er kriegt A-Linie und gewinnt A7-Bauer und dann einen guten Mats-Angriff. In Wirklichkeit hat er geregnet, weil nach Turm, jetzt ich einfach schon spiele auf mehr Bauer. Ja. Und er spielt auch Mats und hat übersehen, dass er zwei Züge etwas verhindern. Der Turm bringt einen. Ja. Und jetzt hat er große Probleme. Und diese Seite hat er schon verloren, aber dort hat er keine Chance für gewinnen. Aha. Also Beispiel. Beispiel, wenn jetzt. Ja. Dann weiß gewinnt natürlich. Das ist die Idee. Ja. Und dann nächste Schlag auf A7 und ist kaputt. Das ganze ist. Und was weiß ich halt. Martin, ein ganz schönes Markt. Kommt nicht raus. Das war die Idee vom Gegner. Das wäre die Idee gewesen, ja. Ja. Aber es hat er nicht geschafft, weil er hat einen Zwischenzug übersehen. Und bei ihm Zwischenzug übersehen? Ganz normalen Zug. Da bin ich rausgegangen. Ja. Ja. Und jetzt geht er einfach weg. Ja. Und die Decke mit Turm und diesen schwachen Bauern. Okay. Okay. Wenn das geht. Ja. Dann kann ich auch so auf die Decke. Und diese Seite ist sowieso schon für mich gewonnen. Schon. Weil ich fliege. Ja. 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 Und ich springe K6. Der Tier kommt raus. Und ja. Aber er zieht den Bauern von D3 auf D4. Das ist einfach so. Er wollte D5 auf D6 versuchen etwas angreifen. War ziemlich blöd. Die ganze Idee hat nicht funktioniert. Und dann plötzlich er sieht, dass schon ein Bauer ist weg. Ja. 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 Okay. Jetzt muss man denken. Muss man denken. Ist weg. Wieso habe ich das jetzt nicht? Kein Zug. Hm. Geht jetzt nicht. Ja. Sind wir zu Ende oder wie? Das kann nicht sein. Ja. Er hat irgendwo. Zurück. Turm Gans. Erst hat er gezogen. So. Ich habe Turm E2 gezogen. Ja. Turm G7 und Turm E8. So. Alles gedeckt. Dann er hat D5 gezogen. D5. Ich glaube ich habe H4 gezogen. Oder geschlagen. Das habe ich vergessen. So. Dann konnte es sein, dass Turm E1 zurück. Turm Schlechter E4. Und auch Springer E2. Mhm. Da gab es auch. Turm E4. So. Irgendwo. Turm G1 kam später. Ja. Ja. War noch. Das heißt es fehlen jetzt noch Züge auf der Liste. Ja. Obwohl das Spiel schon zu Ende ist. Es war praktisch zu Ende. Ich finde das sollte man noch sagen. Ein schönes Beispiel, dass durch eine Schach 960 Stellung, also eine ungewöhnliche Stellung, auch ein normales, ein ruhiges, positionelles Spiel zusammenkommen kann. Nicht immer nur Taktik und Chaos auf dem Brett, sondern ganz eine schöne geworden, strategisch begründete. Ich will jetzt noch sehen, warum das matt ist und wer da wem matt setzt. Ich will jetzt noch sehen, wie geht das? Was kommt da? Ich glaube Turm D1 kam. Turm D1, Springer E5. Wir sind noch nicht so weit. Turm D1. Nein, nein. Springer E2, ja. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht weil Turm kommt da. Ah, in dieser anderen Reihefolge da ein bisschen. Was war da? Moment, äh. Etwas fehlt. H4. Nochmal Turm A6. Hier habe ich die Partie. König B7. So weit waren wir schon. Das habe ich schon probiert. D4. Ja. Turm A2. Turm A1. Turm A8. Turm G1. Turm A4. Turm A4. Turm A4. Turm A4. Da habe ich die Partie schon gesehen. Turm A4. Turm A4. Ah. Tiefen. Ach das weiß. Na? Hier. Das war ein bisschen passiert. Und zumal das Winne kommt das? Hier. Oh. Das war schon ziemlich gut, ist Wurteil, oder? Aha. Aha, aha. Was war jetzt da die Absicht? Was ging dir auf deinem Kopf? Auf was wolltest du raus? Eigentlich wollte ich nur ein paar Figuren tauschen und dann ganz ruhig. Turminspiel mit mehr Bauern, ein paar Stück mehr gewinnen. Turminspiel mit mehr Bauern? Das war dein Ziel? Ja, das ist eine harmlose Stellung. Ich hatte den letzten Trick gemacht und hatte gehofft, dass ich den Springer auf E2 schlage. Das wurde kompliziert, weil Turm auf 8. Reihe kommt und man muss viel rechnen in dieser Stellung. Es konnte sein, dass C6 noch geht, aber ich dachte, es sollte nicht riskieren. Das muss ja nicht sein, ja. Aber ja, okay, ich habe es einfach so zwischenzu gemacht. Und dann hatte ich keinen guten Plan mehr. Nur eine Variante, nein. Punkt 4. Alles die bedeckte. Kommt nicht raus. Drei Bauern mehr. Gut, nichts mehr. Langsam kommt jetzt der nächste Plan E4. Die Bauern lassen mir vor mehr. Dann ist mit dem wunderbar. Hat er jetzt aufgegeben oder weniger? Ja, hat er aufgegeben, ja. Aha. Ich hatte keine Lust mehr. Aha. Schon. Bei drei Bauern weniger. Und einem aussichtsreichen Turm, einem aussichtslosen Turm entspielt. Okay. Aha. Als ich als Laie, wenn ich das jetzt sehen würde, ich würde es jetzt noch nicht. Aber wenn man es dann genau anschaut. Nichts viel zu tun. Ja. Aber dann kann ich auch Turme fein sein. Also da anbrechen. Ja, ja. Einfach so Springerkabel. Und anders muss man irgendwo Turm bläst auf B1 oder A1 ziehen. Und dann laufe ich einfach so E5, E4. Mhm. Und er hat überhaupt keinen Zug zu ziehen. Einfach so. Mhm. Aber alles ideal gedeckt. Bewegt nichts überhaupt. Keine... Ja. Keine Aussichten. Ja. Und wir verstehen. Ja. Das wievielte 960-Tonel ist es? Ich bin nicht sicher. Aber vorher habe ich einige Male bei Mainz mitgemacht. Mhm. Das war ganz interessant, ja. In den ersten Jahren auf war da nicht so viel. Dann haben wir aber dann kamen immer dazu. Also die Hoffnung ist noch, dass es hier auch viel mehr Teilnehmer gibt. Ich hoffe auch. Und wir müssen durchhalten. Ja. Und das einzige Unterschied ist, Mainz liegt ziemlich zentral. Und hier ist ein bisschen abseits. Und ja, muss man mit Einreise rechnen und so weiter. Ja, ja, ja. Das wäre ideal. Ja, das schon. Gutes Platz für das Spiel. Ja, ja, der neue Mann. Ähm. Seit wieviel Jahren bist du Großmeister geworden? Wann bist du Großmeister geworden? Ich glaube 2002. Wie alt warst du noch? Wenn ich das fragen darf. Näm, denn... Du darfst fragen, nachdem damals der Frage... Du weißt das nicht. Ich bin nicht sicher. Über 30, sagen wir so. Ich habe auch ein bisschen aufgehebt mit Schaf bis dann. Ich war richtig gut, Anfang der 90er Jahre. Als Ende Jugendlicher? Ja, dann war ich richtig gut und dann ein bisschen aufgehebt. Das war mein Fehler. Warum aufgehört? Du warst einfach andere Interessen? Ja, das war ein bisschen andere Interessen und so weiter. Dann habe ich angefangen, aber ja, ich bin ein Großmeister geworden. Und jetzt Halbprofi, Achterprofi oder Amateur? Ja, am meisten mache ich verschiedene Trainings mit. Mit Kindern und so weiter, privat und so weiter. Und auch habe zu Hause zu tun. Und bin auch, ja, bei der Wermetechnik ungefähr beruflich. Da habe ich Maschelbau studiert. Und wo wohnst du? Ja, ich bin ständig unterwegs, sagen wir so. Ach so. Das ist in der Zeit. Ich kann nicht sagen, wo ich wohne. Hier in Deutschland oder Lettland oder in der Ukraine. Meine Familie befinde sich zur Zeit in der Ukraine. Dann bin ich in Deutschland wegen der Arbeit unterwegs. Und ja, in Lettland auch unterwegs. Und so, zur Zeit ich bin unterwegs. Aha. Da kann man dann auch mal nach Bad Aibling kommen zu einem Turnier, genau. Ja, das war ein Zufall. Und dann habe ich geguckt, ja, ist ein interessantes Turnier. Mein Lieblingsschach, wieder da. Ach so, das ist 1969es Lieblingsschach. Ja, deswegen dachte ich, okay, mache ich so. Weiter reisen. Aha. Und mache mit, ja. Hast du schon mal gegen Plastimien gespielt oder kennst du irgendwas von Turnier? Ich habe vorher ziemlich oft gespielt. Aber das letzte Mal, glaube ich, habe ich ihn gesehen vor fünf Jahren. Und ja, war einmal im Jahr bestimmt gespielt gegen ihn. Wir waren oft zusammen mit verschiedenen Turnierern. Ja, hast du ihn mal bezwungen? Nein, das war interessant. Ich muss nachschauen, was war da los. Aber es war interessant immer. Aber waren das 1960er Partien oder waren das klassische Partien? Nein, das klassische Partien. Klassische Partien. Ah. In den 1960er Partien mussten wir einfach zu treffen. Damals, da kamen so viele zusammen, Leute. Ja, einige hundert. Und dann schaffst du es nicht, die Finale zu spielen. Ja, ja, klar. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Glück für die weitere. Du bist optimistisch für den Morgen, oder? Du hast ja jetzt schon ziemlich... Ja, und deswegen bin ich hier, ja. Du hast den Mist. Wunderbar. Wenn du den Plastikbilder lassen siehst, dann schick ihn rein. Oder wir machen zweit weiter wie... Geht auch, egal, ja. Ja. Okay, ich bedanke mich. Ich wünsche dir viel Glück. Bis zum Morgen. Ja. Danke. Okay. Herr Dr. Zenker, was steht an? Wie stehen die anderen Partien jetzt kurz vor sieben? Unsere Partien gehen jetzt wirklich schon in die entscheidende Phase und eine Partie... Ist ihr die einzige, die fertig ist, oder sind schon andere fertig? Nein, nein, es sind schon einige beendet. Ja. Und einige der Partien, die wir beobachtet haben, sind ebenfalls auch schon zu Ende. Also unter anderem die Partie zwischen Alexander Beletsky und Lars Goldbeck, wo wir vorhin analysiert haben... Ist Goldbeck der Verstappen vom Lokkreis? Verstappen, genau. Ich habe mitgehört. Genau. Ich hoffe, der Pferd nicht so unfair. Der Verstappen ist wahnsinnig unbeliebt. Gibt es das beim Schach auch, dass Gegenspieler unbeliebt sind? Ja. Weil sie husten, niesen, aufstehen, Grimassen ziehen... Naja, das ist unsportlich, wenn man den Gegner absichtlich stört, durch was auch immer, Grimassen oder auffälliges, anderweitiges Verhalten. Das ist nicht sportlich. Gibt es das? Das sollte man unterlassen. Ja, mein Gott, es kommt ab und zu vor, sagen wir mal so. Aber der Schiedsrichter muss da natürlich dann auch einschreiten. Ich frage deshalb, weil ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, vor zwei Wochen bei einem schönen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über... Entschuldigung, aber es war hier so, über die sogenannten Arschlochkinder im Tennis. Okay. Ja? Also ein richtiger Bericht über die Kinder, die heute Tennis spielen, die können sich grad mal, wie der Autor schreibt man, die können sich grad mal die Schuhe zuerst immer binden und geben keinen Ball. Und wenn er einen halben Meter im Aus ist, gehen sie zum Schiedsrichter fluchen rum, schimpfen, zum Zeitschinden, schießen mit dem Ball nach dem Gegner. Das Ganze, was man unter Fairness versteht, komplett weg. Komplett weg, ja. Das im Schach noch nicht so. Wir haben wohl die falschen Vorbilder. Ja, ja, eindeutig. Eindeutig. Nein, das ist im Schach nicht so. Also Schach ist zuallererst immer noch ein ritterlicher Sport, wo man sich anständig verhalten muss. Also dann würde ich also aufpassen mit dem Vergleich von Herrn Goldberg mit ihm. Genau. Aber die Partie ist zu Ende schon. War der verloren? Nein, er hat eben gewonnen. Und ich hätte vorgeschlagen, dass wir uns diese Partie morgen früh anschauen als Highlight der Runde. Wir machen ja die Highlights von der zweiten Runde jetzt morgen dann erst. Also da können wir die Zuschauer vielleicht darauf verdrösten sozusagen. Morgen ein spannender Beginn gleich. Es geht dann kurz vor 9 Uhr los mit einigen Highlights. Also eine echte dicke Überraschung. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wann sind wir mit Lars Goldberg? Wir sind morgen ohne R um die Uhr. So um kurz vor 9. Kurz vor 9 sind wir ohne R. Und da gibt es die Bonbons von heute von der zweiten Runde. Die dickste Überraschung. Alexander Beletschi 2414 verliert gegen Lars Goldberg fast 400 Punkte weniger, 370 Punkte weniger. Levin hat auch verloren. Und auch Felix Levin am Spitzenbrett hat schon verloren. Ist schon zu Ende, ja. Aber das ist auch ähnlich spektakulär. Robin Schlichtmann 2242 gegen Felix Levin. Wo ist Schlichtmann, wenn wir das mal nachschauen? Das ist ein hiesiger. Und hier sieht man an solchen Resultaten, die möglich sind. Wie oft hat man es in einem normalen Turnier, dass ein Spieler, der mehr als 300 Punkte weniger hat, gewinnt? Kommt eigentlich nicht vor, oder? Das kommt einmal in, ich schätze, in 40 bis 50 Partien. Und hier haben wir es in zwei Partien in einer Runde. Das ist nur beim Schach 960. Weil der Vorteil, den ein Großmeister hat, des höheren, des besseren Eröffnungsges, ist es eben nicht mehr da. Deswegen ist Schach 960 erfrischend. Oder gerade für breiten Schachsportler so interessant und so eine interessante Alternative zum normalen Schach, zum klassischen Schach. Welche Partien sind denn noch am Laufen, die wir beworben? Schauen wir uns diese Partie an von Schlichtmann. Jetzt kommt auch Herr Hort wieder, kann gerne mitschauen. Ja, das war schon. Viele, viele Favoriten sind gestürzt. Sind gestürzt? Ja, ja, genau. Nein, das ist aus der Partie. Wer hat gewonnen? Ja, hier sind wir ausgestiegen damals. Vorhin die Dame war angegriffen von dem Springer hier. Zieht sich nach B5 zurück. Und es ging weiter. Also mit... Wollt ihr das weitermachen? Weil dann gehe ich wieder... Mir ist es wurscht. Nein, nein, nein. Ja, gut, ich habe gesehen, weißt du, Wolfi, es sind einige Favoriten praktisch in zweiter Runde gestoppt. Ja, ich habe schon gesehen. Ja, ja, ja. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Ich habe gesehen, ein paar, der Levin hat verloren. Ja, das schauen wir uns gerade an. Ja, das war... Und hier kommt jetzt auch wieder ein richtiger Kracher, möchte ich sagen. Läufer schlägt E5, er deckt hier den Bauern. Ach, was soll der hier schwarz machen? Und trotzdem schlägt er. Was macht er dann da? Entschuldigung, könnt ihr diese Stellung noch sehen? Ist da etwas? Ja. Ja, nach Dame B5. Ein Moment. Ja, genau. Ein Moment noch. Also E5 droht gleichzeitig... B5 und Dame C5 droht. Droht gleichzeitig... Das schaut schon... Das schaut ja schon wirklich nicht gut aus. Ja, das ist jetzt... Ja, wahrscheinlich ist das... Droht Dame Schlechtser. Also ein Bauer scheint zumindest verloren zu gehen. Was bleibt mir übrig? Sicher D6. Wahrscheinlich ist korrekt. Läufer B7. Läufer B7 nimmt er auch auf E5. Aber er verliert den Bauern. Ich weiß nicht, ob ich es will machen. Ich werde ja mit D6 bleiben. Ja. Und König A8. Läufer A6 droht dann auch nicht. Es droht natürlich Läufer A6 mit Damenpang hier. Also dieser... Ja, ja. Der ist vielleicht besser. Aber ja, er kann aber Dame C4 spielen. Und dann müsste der 5 kommen. Aber ein Bauer ist weg. Ja. Ein Bauer ist weg. Ein Bauer ist weg. Ja, ich weiß nicht. Hat er auf A2 genommen, ja? Er hat also nach E5... Oh, oh. ...Dame A2. Das ist aber schön, weil Dame kann tatsächlich auf C5 nehmen. Das sind zwei Personen. Das sollten wir mal unseren brillanten Torschuss einspielen. Ja, Dame C5 ist schön. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Aber Dame C5 ist wirklich... Und dann... Und dann, ich weiß nicht, ob es wirklich besser wird. Na, Dame C5 hier ... Dame C5 hier. Beide Bauern sind gefesselt ... Weiß wahrscheinlich wird immer besser, ja? Was soll er jetzt machen eigentlich? Ist das mit Dame A1 eigentlich ... Oder Dame A3? Nein, Dame A3 König C1. Dann ist Tumschlecht B6 wieder er... Aber jetzt, naja gut, er muss nach dem C8 nehmen, wahrscheinlich auch der Sitz mit Schacht. Ja, er könnte Damen tauschen mit Dame A1, er könnte mit Dame A1 Damen tauschen. Ja, aber dann hat er Figuren weniger, nein. Figuren weniger, ja. Nein, hier musste er versuchen, vielleicht um C8, oder hat er das nicht gespielt. Ja, dann, das ist der einzige Ausweg, aber da sind sehr viele Bauern jetzt für Weiß und da kommt weiter. Und da kommt der, Robin Schlichtmann gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm doch her, Robin, setzt du dich hierher, wir analysieren. Aber der hat doch gegen Lenin gewonnen, nicht? Ja, hier ist es ja. Ja, das war ein bisschen glücklich, glaube ich. Ach, warum? Wollen Sie da ein bisschen die Partie für diese Auswertung kommentieren? Ich würde Ihnen nur ein bisschen anreiten. Aber Sie konnten diese Partie tatsächlich jetzt irgendwann schön für unsere Zuschauer kommentieren. Was sagen Sie dazu? Er soll das kommentieren? Ja, ja, er hat erzählt, er hat erzählt. Wir sind gerade hier. Erinnern Sie vielleicht wirklich vom Anfang an, das ist schön, was Sie so gespielt haben. Ja, das ist doch eine schöne Partie. Okay, okay. Aber Sie können hier nicht den Schwassen erzählen. Nein, nein, ich werde Sie sehr ungern überhalten. Ja, bitte. Also, ja, wir finden, jetzt haben Sie, ja, alles klar, ja, das ist eine gute Ausbau. Mir hat das gut gefallen zum G3, weil irgendwie, ja, es ist noch nichts passiert. Genau. Ja. Der Leerzug hat mir gut gefallen. Ja, ja, die gehen auch auf A6. Und F4 vielleicht auch. Ja, das haben wir gesehen. Ja, das war ein sehr schöner Zug. Mir gefällt das, wie Sie das gespielt haben. Es spielt sehr, sehr auf Biegen und Brechen, das will ich schon sagen, ja. Zwar auch, das habe ich auch gehabt, jetzt aber haben wir nie so verstanden, ich würde immer mit Bauer nehmen. An seiner Stelle? Jetzt. Unbedingt, weil, wissen Sie, ich bin jetzt nicht entschlossen, ob ich tatsächlich diesen Springer nehmen muss. Ich glaube, ich hätte nicht auf B4 zurückgenommen. Nein. Und, gut, ja, das war nun die Frage, ja. Aber ich halte sein Zug Springer, Schwer, B4, für mich gut. Vielleicht, ja. Ich, also, zu B4 muss ich oben. Wäre gut, Herr Schwergmann, sehr gut. Ja. Ja, aber jetzt hat mir das nicht so gut, das Spiel geht weiter. Also, Springer, B4, ja. Ja, haben Sie dann genommen, nicht? Ja, richtig. Das haben wir die Raube-Wunderte, Dame A6 Schwerg, der nicht bereit. Ja, dann schauen wir hier. Aber ich glaube, jetzt sollte er direkt D6 spielen. Wir haben es nur vor kurzem auch ein bisschen angeschaut. Ich glaube, D6 wäre besser. Ja, sicher. Und dann bringen wir es weg, weil dann bleiben die Leute noch. Hier, Nabil, was ist so los mit so einem Zug Köln? Ja, Turm L3. Ich glaube, wenn der Springer auch zählt, dann entdeckt alles. Sie haben auch noch einen Läufer A1. Sie könnten jetzt hier vielleicht Läufer L3 spielen, ja. Aber ich gebe Ihnen recht. D6 war besser. Ja. Er hat das jetzt ein bisschen alles unterschätzt. Ja. Ja, dann bitte zurück. Ich glaube, er hat auch später die kurze Rokade übersehen. Deswegen hat die Stellung etwas... Ja, das hat er schon völlig, ja. Das war ein sehr guter Rekt, ja. Jetzt ist das wunderschön. D6 kommt, aber er kann es schon nicht. Er verliert auf D6. Ja, genau. Das stimmt, das müsste er gleich D6 spielen. Ja, natürlich. Das ist ein Maul. Da haben Sie das wunderschön gemacht. Dame schlägt A2. Ja, jetzt haben Sie das wunderbar gemacht. Ja, wirklich. Ja, gut. Das ist jetzt passiert. Ja, das passiert manchmal, ja. Ja, das jetzt, jetzt kommt die Überraschung. Ja, damit er keinen Schach hat. Ihre Dame ist da. Jetzt habe ich einmal Züge wiederholt, weil ich wenig Zeit hatte. Ja, das ist auch richtig. Wow, das ist sehr interessant. Ja, aber warum nicht? Sie stellen doch klar, weißt du, wenn man... Ja. Spielen Sie nicht über den Generalen geben. Spielen Sie immer wieder nach der Stellung, nicht nach der Gegner. Ja. Nachdem die Stellung ist hervorragend, dann auch spielen Sie weiter, ja. Lokale, ausgezeichnet. Naja. Interesslich. Läufe-Eintrag gefällt Ihnen ja. Ich weiß nicht, aber gut. Ja. Also ich hatte jetzt den Rest der Partie wenig Zeit, insofern weiß ich nicht, ob ich das Beste gespielt habe. Ja, aber kommentieren Sie das wohl. Ja. Läufe 3, Dame schlägt der 2. Und jetzt glaube ich, das ist ein kritischer Punkt, was man spielt als Eiser. Ja. Ich habe Tumce 1 gespielt und bin in das Endspiel gegangen. Darf ich es noch vielleicht ein bisschen kritisieren? Gerne. Ja. Weil, gut, Tumce 1, nehmen, nehmen Sie das, ja. Alles weggenommen, ja. Oder? Ja, vielleicht ist das auch nicht der Beste. Warum nicht mit anderen Toren und dann ihm, wenn er das nimmt, zuerst Schach auf der Bier geben. Das wäre, wissen Sie, zuerst jetzt ein Zwischenzug. Tumce 1, er muss nehmen sowieso. Ja. Und dann Läufer gehen. Und dann müssen er, ich mache B7 mit dem König und ein bisschen Läufer, aber er ist eingesperrt. Ja, also. Ja, vorher ging es nicht. Also, wissen Sie, alles hat eine Partie. Ja. Das ist bessere. Ja. Aber Sie spielen hervorragend. Wir erwarten, ja, diese Stellung ist sehr gut für weiß. Ja. Die nehmen das und nehmen und sein König ist jetzt sehr schlecht und sie haben überhaupt nichts verloren. König der Läufer auf 8 ist in der Stellung viel schlechter. Es ist so. Es ist so. Okay. Dann zeigen wir es, wie es war. Besser gewesen. Sein König ist auf C8, ja, dann hat er jetzt genommen, ja. Genau. Aber Sie spielen, Sie stehen immer in unseren Balken. Ja. Wissen Sie, er kann noch nicht hier, Moment, darf ich noch sehen? Vielleicht kann er nicht. Vielleicht kann er nicht. Hier schlagen, weil das ist jetzt wichtig. Wissen Sie. Deswegen ist die andere Variante auch viel besser. Ja. Kann er, ja, ist der Bauer vergiftet? Ich glaube, er kann ihn nehmen, aber ich, also ich habe nichts direkt gesehen, was ich hätte, wie ich hätte gewinnen können. Sie haben, jetzt hat er diese Schanze eigentlich nützen können, ja, wie Sie ihm gegeben haben. Aber, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Okay, dann hat er das, ja, siehst du etwas, Marc? Du bist doch ein Fachmann auch an dieser, aber der Turm ist auch sehr, sehr gut für den Bauer. Also jetzt haben Sie nicht viel. Die Stellung wird wahrscheinlich rennen jetzt. Ja, vielleicht muss ich sogar noch aufpassen werden. Aber gut. Gut. Dann, wie ging es weiter? Er machte das nicht. Er hat Angst gehabt. Warum hat er Angst gehabt? Ja, okay. Ja, und jetzt ist es sehr schön jetzt. Sehr. Er ist wie ein Fässer. Ja, immer. Das ist schön. Wer hat mir eigentlich nicht an uns gefallen, weil er hat, schauen Sie sich das an, er hat kaum nichts mehr. Und ich glaube auch, dass meine Bauern stärker sind. Ja, ich glaube, dass das sind. Sehr gut, sehr gut. Dynamik. Im Schach ist Dynamik. Sie spielen immer auf anderes Tor, machen Sie das. Wir werden uns mit Wolfi freuen. Aber... Es geht ja auf Spaß. Ja. Aber gut. Ja, wo spielen Sie eigentlich? In Prognü. Ja, hätte ich überlegt, ob A5 noch eine Möglichkeit ist. Ja, A5 ist sicher auch gut. Ja, das müsste er versuchen. Ich spiele in Prognühe, das ist hier um die Ecke in der Nähe. Er sollte A5 spielen. Aber dann spielen sie F2, F4 wahrscheinlich. Ja. Aber der A-Bauer ist trotzdem sicher. Nein, der ist gedeckt vom Läufer. Er muss nehmen, nehmen, A4, F5. A3 geht nicht, weil ihr Läufer ist gedeckt. Also, was... Aber A5 soll er spielen? Ich erkenne ihn nicht. Ja, was hat er gemacht? Hier in dieser Stellung A5? Ja, aber ich glaube... Ich glaube, er braucht dann irgendein Gegenspiel ansonsten. Ja, er ist fast halt... F4... Jetzt werde ich F4 spielen. Vielleicht nicht. Wollen Sie? Ja, ich hatte dann auch wieder ein bisschen Angst gehabt. Den Läufer getauscht. Aber vielleicht ist F4 gleich besser. Ja, ich... Wolfer-Delfing ist auch kein guter zu... F4 gefällt mir besser jetzt, im Nachhinein. Na gut, Sie wollen nach Wolfer-Delfing noch 12,6... Nein, nein, einen Turm kassieren. Das ist auch schlecht. Ja, gut, so leicht ist es nicht. Warum nicht? Ja, jetzt natürlich eine Dame. Ja, sehr gut. Ja, gut. Guter Zug. Bauern müssen nach vorne. Jetzt kommt noch ein Zug auf den Stolzberg. Ah, ja. Der da. Ja gut, der Block in Mauer. Und Turm muss irgendwo hingehen, die Arme. Sie haben das jetzt und jetzt dafür. Ja. Ja. Also Herr Karlsson würde das nicht besser machen. Jetzt ist aber zu viel. Na ja, gut. Aber bei dir ist auch du mehr schön. Ja. Ja. Jetzt war ich mir relativ sicher, dass ich... Ja, vielleicht nicht gewinne, aber es ist ja günstig. Ach. Jetzt ist das fürchterlich. Ja. Wissen Sie, solche zwei Bauern, die brauchen nur Musik und... Ja, aber was ist auch schön in diesem Turm hier. Spielen Sie das gerne, diese Opens? Oder studieren Sie? Das wollte ich fragen, wenn Sie als Studenten. Ich bin Student, ja. Oh, was studieren Sie? Mathematik. Ja. Wirtschaftsinformatik. Das ist auch, oder nicht? Ja, in München natürlich. In München, genau. Das ist schön, Sie haben Zeit geschafft. Ja. Und ich genieße es auch. Solche Turniere wie hier. Super organisiert. Macht sehr viel Spaß. Also noch großes Lob hier. Wie oft hast du schon nachgeschafft? 1960 gespielt? Wir haben bei uns im Verein ein paar Mal kleinere Turniere gespielt. Und das sind sechs, sieben Runden. Und wie viele? Mach du mal Pause, genau, dann setze ich mich hin. Ja. Zwei kleine Fragen. Sehr gute, Marco. Sehr gute. Danke. Zwei Fragen, die mir aber ganz am Herzen liegen. Wie viel... Ich schließe her, dann zieht man dich auch. Okay. Wie viele Stunden pro Woche trainierst du Schach? Weniger als ich gerne würde. Nein. Also mir macht Schachspielen viel Spaß. Und mir macht es auch Spaß, mit der Materie zu beschäftigen. Aber ja, im Moment, ich bin im Sommer umgezogen und das Studium nimmt viel Zeit. Das heißt, du lebst in München? Ja. Ich wohne im Moment in München. Aha. Okay. Und die zweite wichtige Frage... Die hat ja nicht beantwortet. Wie viele Stunden sind es denn? Ja, ja, das kommt doch nicht. Ich will nicht beantworten. Was nennt man als Training? Also ich bin regelmäßig auf Schachabende noch von Vereinen und ich schaue mir auch mal zu Hause was an und mache Training mit ein paar anderen Kumpels über Skype. Also... Eine Stunde pro Tag? Auf die Woche gesehen kommt es hin. Ja. Also sieben bis zehn Stunden bin ich... Mal mehr, mal weniger. Wie es halt passt. Sieben bis zehn Stunden. Und wie viel dieser sieben bis zehn Stunden verwendest du auf das Training von Eröffnung? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich zu viel. Ja, also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt es auf die Hälfte raus. Die Hälfte, ja. Boah. Viel Zeit, ne? Also es kommt auch mal darauf an, was ich mache. Manchmal schaue ich mir aktuelle Spitzenpartien an. Ich verfolge gerne, was im Spitzenschach unterwegs ist. Ja. Dann habe ich einige tolle Bücher zu Hause, die nicht nur die Eröffnung auch zu Ende spielen und andere Bücher. Natürlich ist auch alles so gut. Boris Gelbmann und so weiter. Also was schaue ich mir halt an. Ja. Aber halt auch Eröffnungen. Aber die Eröffnung verbraucht sehr viel Zeitaufwand. Ja. Eigentlich ein Grund, wie ich auch noch mal sehe, sich populärer zu machen. Ja. Mir macht Spaß. Genau. Und ich glaube auch, also für meine Entwicklung war ich jemand, der am Anfang nicht so sehr auf Eröffnungen getrimmt wurde. Und halt immer meinen Stiefel gespielt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich nicht mehr so weitergekommen bin. Und dann habe ich angefangen auch Eröffnungen mir mehr anzuschauen. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich sag mal knapp 2000, habe ich mich mit Eröffnungen relativ wenig und ich glaube, ich kenne mich auch heute noch relativ wenig mit aus. Ja. Und ja, und deswegen glaube ich auch gerade Endspiel, so ein Endspiel hier mit Dame gegen zwei Türmen. So was... So ist es ja auch richtig, dass man zunächst Mittelspielpraxis sich erwirbt und die ganzen Werkzeuge des Mittelspiels kennenlernt. In allen Varianten, in allen Nuancen, Fesselungen, Doppelangriffe und Baunführungen, die richtigen Gebauenführungen, kleine und große strategische Pläne. Und wenn das sitzt, dann die Eröffnung. Wobei, die Übergänge auch fiesig sind. Wenn ich mir eine Eröffnung richtig anschaue, habe ich auch gleich ein Verständnis über die strategischen Pläne. Ja, ja, natürlich. Aber... Ja, mir macht das ja auch... Ist das jetzt hier schon 10-Di gespielt? Ist das für jeden Schachtspieler schon klar, dass es bei den... Ne, es ging noch weiter. Ja, wollte ich gerade fragen. Also ich würde ja als Laie sagen, ja und, der hat zwei Türme. Das ist ja... Ich kann jetzt auch sein als ein Turm Endspiel. Ich kann auch noch sagen, was passiert ist. Ja, ja, schon. Dame A3, E4, Dame schlägt A5. Ja, der Bauer ist relativ wichtig, wenn man mit Schacht die Dame rettet. Und jetzt halt meinen Baum verschiebt. Ja, jetzt ist ein Wettrennen... Stimmt, das ist jetzt ein Wettrennen zwischen zwei Bahnen, oder? Ja, mit dem Unterschied, dass sich eine Dame gegen die 5 hat, wenn die Dame stärker ist. Ja, 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 aber... Ja, aber nach dem nächsten Zug ist es... Ja, es ist kein Wettrennen. Aha. Meine Dame fesselt jetzt den Turm, sodass der Turm den Bauer nicht unterstützen kann im nächsten Zug. Ja, weil er nicht weggeht. Das ist das Fiese, das wird nämlich Schacht bestellt, ne? Genau, und der Bauer ist auch gleichzeitig noch aufgehalten, weil wenn er vorzieht, wird er geschlagen. Ja. Und... Ja. Gleichzeitig unterstützt meine Dame auch noch meinen eigenen Bauer. Also ein Zug, der drei Funktionen hat. Ja, genau. Und wie geht's dann, was macht er? Ja, was macht er? Na ja... Schauen wir noch mal. Also... Da war klar, da war klar. Er hat... Also... König B7? Ich spiel meinen Bauern einfach vor. Okay. Geht auch. Ja, okay. Dann spielst du ziemlich jeden Zug zum Bauern vor. Ja. Also er spielt B2 wahrscheinlich auch. Ja. Okay. Und der König kommt zu spät. Ja, genau. Der König kommt niemals zu spät. Ja, genau. Nein, wie immer nicht, aber häufig. Ja. Okay. Also hat er dann kapiert alles? Ja, ich glaube, das hat er auch schon vorher schon gesehen. Ja. Ich habe Journalisten noch mal fragen, ich sehe hier den ELO-Unterschied. Du denkst dir auch keinen Zahn in den Kopf. Wie ich muss bei Spiele sagen, ne? Ähm... Das war natürlich... Wie viele Züge? 46, oder? Ja. 46 Züge. Wann ungefähr hast du gewusst? Ich brauche ihn. Wann kam hier das? Ich habe ein Gefühl, dass ich gut stehe. Das war nachdem ich... 17. Läufer schlägt die 6 und 10. 10. Dreh rum. Ja, da 18. So. Dann dachte ich, da stehe ich gut. Und hier hatte ich schon gutes Gefühl. Du bist ja relativ lang, so wie ich das vorher verfolgt habe. Warst du mit einem Offizier weniger unterwegs, aber mit mehr Bauern, oder? Nö, ich hatte nie eine Figur weniger. Nö, keine? 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 Ich habe sie gewonnen und direkt danach zurückgegeben. Ah, okay. Ähm... Hier habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Ja? Aber ähm... Mein gutes Gefühl und Verwertung ist noch was anderes, klar. Die Verwertung ist noch was anderes, klar. Wenn ich dann gewusst habe, dass ich gewinne, zum 36. 37. Zukunft, glaube ich, zum Beispiel war ich schon relativ sicher, dass ich das, glaube ich, gewinne. Dass du das heimfährst. Wo ich meine starken Bauern in der Mitte habe. Wo ich D4, D5 ziehen kann, ohne dass ich einen Bauern direkt einfach verliere. Aha. Da dachte ich dann... Ja. Und wie viel sollst du reinfangen? Acht. Gleich im Verein oder sehr privat daheim? Ja, es war ein Zufall. Ich war bei jemandem beim Schulfreund zum Spielen und der ist dann in den Schachtclub gegangen zu der Zeit und ich bin mitgegangen. Und du warst beim Schulfreund, mit dem du schon auch gespielt hast? Ja. Ne, wir haben was anderes. Ach so. Einfach den Nachmittag zusammen Fußball gespielt haben. Ja, ja. Und der ist dann abends in den Schachtclub gegangen und ich bin mitgegangen. Und er hat dann relativ bald wieder aufgehört. Ich war nur drei, vier Mal im Schachtclub. Aber ich bin dann dabei geblieben und mir hat Spaß gemacht. Und du bist da schon der Schachtclub irgendwie konntest du mitgegangen bist? Ich konnte die Schache eben schon von meinem Vater. Und du bist ein Mitläufer und bist dabei gewesen? Ja, aber es mir Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Und ja, jetzt für mich, im Moment jetzt, mein jetzigen Lebensstand ist das Schacht für mich, eine Möglichkeit mich abzulenken und abzuschalten. Also einfach eine Regenerationsmöglichkeit vom Alltag. Und raus, rausgehen, frische Luft, Sport. Ja, das auch. Wirtschaftsinformatiker sitzt mir auch viel in computergeheizten Räumen rum. Das stimmt leider. Ja, aber das auch. Ja. Aber wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie eine Entlastung. Das Beste ist einen Ligakampf an einem Sonntag, wo ich mich in Ruhe den ganzen Sonntag auf Schacht spiele und abschalten kann. Du hattest auch noch nie das Problem, weil das kenne ich von anderen, dass du dann, wenn du Schacht spielst, das heißt, du kannst dann auch abschalten. Wenn die Partie zu Ende ist und du gehst am Sonntag auch nach Hause, dann gehst du nicht mit dem Ding ins Bett und bist bis in der Früh in vier Wochen und überlegst dir, wieso habe ich das nicht gemacht. Manchmal ärgere ich mich schon noch eine Zeit lang danach. Ja. Und ich schaue die Partie auch direkt danach abends noch an und analysiere die, aber meistens kriege ich den Kopf dann irgendwie wieder frei. Okay, gut. Dann? Aber das ist eine gute Frage, weil sowas ist... Es kann einen so nerven, wenn er im Berufsleben ist. Gibt es nämlich nicht. Man muss am Montag fit sein, ne? Ja. Ja, das muss ich auch. Einfach. Okay. Ich bedanke mich. Ich gratuliere zum Gewinn. So, ich muss jetzt hier mal in der Runde fragen. Wir sind für heute. Bis morgen. Bis morgen. Ja. Bis morgen. Ich bin da. Du musst noch nicht da sein wollen. Du musst du mit ihm ausmachen. Es war eine schöne Runde. Gute Partieren. Der Juremann hat mir sehr gut gefallen. B&O Shopfestival 960 in Bad Aibling. Es waren ein paar sehr interessante Partien dabei. Wann sehen Sie das schon, dass jemand, der fast 300 oder über 300 ELO-Punkte hinten liegt, gewinnt? Es geht morgen weiter. Kurz vor neun, viertel vor neun, wird hier wieder angepfiffen. Beziehungsweise es wird noch nicht angepfiffen, aber man wird hier schon sitzen und die Bonbons, Highlights und Patzer der zweiten Runde besprechen. Und dann gibt es den langen, langen Samstag nur Schach. Bleiben Sie uns gewogen. Bis morgen. Ciao.